Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute mit einer echten Amerika-Versteherin. In Mönchengladbach geboren, auch darüber wird zu reden sein, zog es sie nach New York, wo sie inzwischen seit 25 Jahren lebt. Sie gilt als exzellente Networkerin und weiß, wie die größte Wirtschaftsmacht der Welt wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen tickt. Sie entwirft ein dystopisches Szenario für die USA, erklärt die Folgen für Deutschland und warum es doch noch Hoffnung gibt. Außerdem präsentiert sie ihre Ideen für Trump und Harris-Trades und erklärt, welches Mindset man braucht, um erfolgreich im Job und im Leben zu werden. Ein Gespräch mit Sandra Navidi. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 2. November. Und tja Moritz, der DAX hat dir nicht den Wunsch erfüllt, die 20.000 zu machen. Aber vielleicht macht er das, wenn du dann demnächst wieder dran bist und wartet noch ein bisschen. Auf jeden Fall war es eine Minuswoche und der DAX ist eher bei 19.000 als bei 20.000 Punkten. 1,1 Prozent hat er verloren. Und auch an der Wall Street ging es runter. Der S&P 500 1,4 Prozent und der Nasdaq 100 1,6 Prozent. Und es waren so zwei Probleme, die sich den Börsianern gezeigt haben. Das eine war, die Zinsen sind wahnsinnig gestiegen. Wir haben das ja in Großbritannien beispielsweise gesehen. Da gab es ja einen neuen Etat, einen neuen Budget. Und dann sind die Leute da durchgedreht und haben gleich mal die Renditen nach oben gemacht. So eine Art List-Trust-Moment. Das kennen wir ja, wenn jemand unsolide Sachen macht. Und jetzt gucken die Menschen an den Anleihenmärkten halt ein bisschen stärker auf die Bonds oder auf die Staatsverschuldung. Und das könnte halt noch zum Problem werden. Und gleichzeitig haben die Unternehmen nicht die guten Zahlen vorgelegt. Und wenn die Zahlen von den Unternehmen nicht gut sind, dann sind die KGVs so hoch und wenn dann noch die Renditen hochgehen. Und das war es. So, Moritz, habe ich dir das erklärt, warum du immer noch keine 20.000 hast. Ja, bittere Pille. Also nächste Woche bist du ja dran. Ich in zwei Wochen wieder. Es stehen ja große Tage vor uns. Da werden wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Aber vielleicht schauen wir ganz kurz auf den DAX. Du hast es gesagt, ein bisschen über minus ein Prozent. Und wenn man vor allen Dingen nach hinten schaut, da fällt natürlich auf, dass ganz hinten viele Autobauer sind. BMW mit minus 3,7 Prozent. Mercedes mit über minus 3 Prozent. Volkswagen mit minus 4 Prozent. Und die haben ja wirklich eine Höllenwoche hinter sich schlechte Zahlen vorgelegt. Eine große Diskussion mit dem Betriebsrat. Werksschließungen werden angekündigt. Also da geht es hoch her. Und das hat keine wirklich guten Signale für die deutsche Schlüsselbranche gesendet. Das stimmt. Jetzt sind es auch noch Trump-Trades, nämlich im negativen Sinne, weil ja gerade die Autobauer darunter leiden würden, wenn es denn zu Zöllen käme. Und ja, das kam beides zusammen. Und deswegen haben wir die Autobauer hin. Dann haben wir noch Siemens Healthineers mit einem deutlichen Minus. Da war ja Philips diese Woche mit dem China-Schock. Und hat Philipp Healthineers dann auch gleich mal 5,8 Prozent verloren. Und Halbleiter waren auch nicht so geil. Da haben wir Infineon mit minus 4,3. Und da sind wir auch schon beim Nächstek 100. Und da haben wir ein ganz gemischtes Bild und auch viele Halbleiter, die da im Minus sind. Ja, also Supermicrocomputer hat mal richtig auf den Sack bekommen, wenn man es auch so gut sagt. Das kann man in dem Fall, glaube ich, wirklich sagen. Also es steht hier in der Wochenbilanz, ich muss sich die Augen reiben, ein Minus von 45 Prozent. Also richtig heftig, haben große Probleme. EY will sie nicht mehr prüfen. Kam nicht so richtig gut an EY und Firmen, die sich nicht gut prüfen lassen. Das hat ja eine Historie. Hier haben sie offenbar die Notbremse gezogen. Und das nährt natürlich Zweifel, dass in den Bilanzen dieses Unternehmens etwas nicht ganz sauber ist. War da nicht EY? Waren die nicht auch bei Wirecard mal? Korrekt, das war meine Anspielung, die ich sagte. Da haben sie ja nicht die Notbremse gezogen, sondern waren bis zum bitteren Ende dabei. Das ist ihnen ja wirklich auf die Füße gefallen. Hier scheint es so, als würden sie jetzt, wie gesagt, die Notbremse ziehen. Also das werden wir weiter beobachten. Und ja, das hat auch Auswirkungen auf das, was vor allem diese Woche dominiert hat, nämlich die Zahlen bei den großen amerikanischen Tech-Konzernen. Ja, die waren eigentlich, muss ich sagen, war das ja eine richtig fette Machtdemonstration, die die da gemacht haben. Die haben im letzten Quartal ja wirklich auf den Sack bekommen, auch die Magnificent Seven, weil sie so hohe Ausgaben für die ganzen Cloud und Rechenzentren und so gemacht haben. Und dann haben sie dieses Quartal gesagt, ja, machen wir noch ein bisschen höher. Und by the way, nächstes Jahr noch höher. Und da muss man schon Rutz behaben. Und da ist eben der ein oder andere Bersianer nicht ganz so entspannt, was diese Ausgaben anbetrifft. Gerade bei MEDA, was die 40 Milliarden in diesem Jahr alleine für diese ganzen Investitionen. Oder bei Microsoft, da sind wir jetzt auch wahnsinnig hoch. Ich glaube, 18 Milliarden in diesem Quartal. Und im nächsten wird es noch höher. Und bei manchen hat man das halt verzogen. Oder verzogen, verziehen? Nee, verziehen. Das war Amazon. Die hatten halt super Zahlen. Da hat man gesagt, okay, Andy, du kannst gerne auch was ausgeben für deine Rechenzentren, wenn du uns ein paar schöne Gewinne ranbringst. Die hatten ja wirklich Margensachen. Die haben 38 Prozent Marge bei der Cloud. Und alles, was du jetzt bei der Amazon Cloud machst, verdienen die pro Dollar 38 Cent. Das finde ich schon. Da würde ich mir auch noch ein Rechenzentrum hinstellen. Also das war schon. Und Alphabet war halt auch von den Zahlen. Die haben auch eine Margenausweitung gemacht. Und dann sagt man auch, na gut, wenn ihr die Margen ausweitert, dann dürft ihr auch noch ein bisschen KI-Ausgaben machen. Bei Microsoft war das anders. Da sind die Margen gefallen und das fand man nicht so toll. Und bei Apple, die haben jetzt nicht so viele Investitionen, aber bei denen war das China-Geschäft nicht so toll. Und da guckt man immer auf China und iPhone. iPhone war okay, China nicht so. Und deswegen war Apple minus 3,7. Ja, Nvidia minus 4,3 Prozent. Da spielt sicherlich auch ein bisschen Supermicrocomputer. Stimmt, das ist einer der größten Abnehmer. Platz vier. Das ist der viertgrößte. Es gibt so eine schöne Funktion bei Blumen. Da kann man genau gucken, wer sind die Zulieferer und wer sind die Abnehmer. Und das ist der größte Abnehmer Microsoft. Der zweitgrößte ist Meta. Und dann kommt irgendwann Alphabet und dann kommt schon Supermicrocomputer. Aber man muss sagen, nachbörslich kam noch eine Meldung. Ich bin ja der nachbörslich Freitagabend-Mensch. Und danach wird Nvidia in den Dow Jones aufgenommen. In den altehrwürdigen Index. Ich meine, das ist zwar in Amerika der Index eher fürs Fernsehen und weniger für die Investoren. Wir reden auch nie drüber. Wir reden ja auch deswegen selten über den Dow Jones. So ist es. Aber ja. Aber gut. Interessant. Wir werden die aufgenommen. Uns hat 2,5 Prozent noch Plus gemacht. Weil es wahrscheinlich ist es dann halt häufiger gezeigt. Wunderbar. Ja, aber insgesamt in dieser Woche die Magnificent Seven mit einem Minus von 2 Prozent. Also ja, in den USA ist ordentlich was los. Und das führt uns ja eigentlich auch gleich fast schon zum Thema. Aber vorher möchte auch ich noch auf ein, naja, nicht ganz unwichtiges Detail hinweisen, was am Freitag im politischen Berlin aufgeploppt ist. Und zwar wurde ein 18-seitiges Schreiben von Christian Lindner, Finanzminister und FDP-Chef, öffentlich. Der Stern hat das veröffentlicht und auch viele andere Medien, auch Welt hat das aufgegriffen. Und darin fordert er nicht weniger als eine Wirtschaftswende. Es geht unter anderem um die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, einem sofortigen Stopp aller neuen Regulierungen und einem Kurswechsel in der Klimapolitik. Also das hat es wirklich in sich. Lindner ist danach auch schon ganz entsetzt, hat er einen Brief geschrieben an seine Mitglieder, dass dieses Papier ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Da ist es aber jetzt schon zu spät. Das Kind ist in Brunnen gefallen. Die Koalitionspartner sind alarmiert. Und ja, dieses FDP-Papier erinnert dann doch ein bisschen an das Konzept, das der frühere Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff 1982 vorgestellt hat. Und dieses Papier hat damals dazu geführt, dass die rot-gelbe Regierung so langsam sich dem Ende entgegen ging. Ja, die konnten sich einen neuen Partner suchen. Das geht zwar heute nicht. Das ist kaum das Problem. Und ich kann nur sagen, also Neuwahlen sind damit zumindest heute nicht unwahrscheinlicher geworden. Wäre zumindest meine Einschätzung. Also das wird auch in den nächsten Tagen spannend. Dann haben wir noch ein zweites Thema. Stimmt. Wie siehst du das, Holger? Ich habe ja mit dem Defner gewettet, dass es vorzeitig zu einem Bruch der Ampel kommt. Weil ich auch, es war auch Wunsch dabei, weil einfach, wenn man nach drei Jahren Legislatur schon irgendwie denkt, jetzt können wir schon mal mit Wahlkampf beginnen. Ich meine, die Legislaturperiode geht halt vier Jahre. Und wenn man dann die letzten zwei Monate noch zu Wahlkampfzwecken macht, mein Gott, geht. Aber wenn du wirklich vielleicht von dieser Legislatur gerade mal zwei Jahre ordentlich gearbeitet hast, oder sagen wir mal anderthalb, und seitdem du dich nur streitest, das geht nicht. Und deswegen habe ich das auch gewünscht. Aber wenn natürlich Donald Trump kommen sollte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dann würde das die Deutschen, dann will man ja eine handlungsfähige Regierung haben. Gut, handlungsfähig. Und diese Regierung passt jetzt nicht zusammen. Aber das könnte natürlich für die eine Chance werden, dann nochmal, wenn man so einen äußeren Feind hat, dann kann man da nochmal zusammenstehen und sagen, jetzt müssen wir richtig was machen. Und jetzt müssen wir als Europa zusammenstehen, als Deutschland zusammenstehen. Und wenn dann der Lindner kommt und das Ding dann, dann, ich glaube, der Lindner sollte beten, dass es nicht Donald Trump wird. Sonst ist sein Plan dahin. Weil das, ich glaube, in so einem Umfeld, da würden die Leute sagen, der kann doch nicht jetzt, wo die Gefahr droht, kann er das nicht machen. Ja, wir werden es sehen. Und du sagst es, das bringt uns dann jetzt wirklich zu unserem Thema, heutigen Thema. Die nächsten Tage und Wochen, die werden wirklich spannend werden. Unser Blick schweift rüber, über den Atlantik. Am Dienstag wählt Amerika und es ist wirklich eine wegweisende Wahl. Kamala Harris gegen Donald Trump. Und fest steht, auf jeden Fall schon jetzt, es wird wahnsinnig eng und spannend. Und es wird möglicherweise länger als den Dienstag, beziehungsweise bei uns dann den Mittwoch dauern, bis das Ergebnis feststeht. Ich glaube, letztes Mal wurde er auch, es wird ja immer traditionell am Dienstag gewählt. Das Ergebnis hatten wir dann Samstag früh. Also es kann sich ziehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt, wo diese wegweisende Woche vor uns steht, laden wir einen Gast ein, der sich wirklich exzellent auskennt in den USA. Eine echte Amerika-Versteherin. Holger, wer kommt denn? Es kommt Sandra Navidi zum zweiten Mal. Die war schon mal da. War auch Wunsch von vielen, als es hier um die Frage ging, mal mehr Frauen am Samstag zu Wort kommen zu lassen. Und da war sie auch gewünscht. Und Sandra Navidi ist wirklich eine super vernetzte Person. Ich kann es noch immer aus meinen Erfahrungen aus Davos, ich bin jetzt ja auch schon Davos, ja, seit zehn Mal bin ich, glaube ich, schon da gewesen. Und immer ist Sandra Navidi da. Und egal, auch wenn man, also man kommt nicht zu jeder Party, also ich zumindest nicht, aber wenn wir nicht zu irgendeiner Party kommen, wer immer da ist, ist auch Sandra. Also man sieht, diese Frau ist, also wenn man jedes Jahr nach Davos kommt und wenn man jedes Jahr irgendwie zu jeder Party da kommt und wenn es irgendwie, dann, die kennt Gott und die Welt da und ist mit vielen Leuten im Gespräch. Hat ja auch Bücher darüber geschrieben, über die Strippenzieher und über die Sachen. Und das Schöne ist bei ihr auch, die kann uns so ein bisschen die Risiken und die Sachen, die kann es ein bisschen bei der Hand nehmen, uns das ein bisschen erklären, weil wir als Deutsche sind ja irgendwie, stehen da ja auch so ein bisschen fassungslos da. Also mir geht es zumindest so. Und ich weiß sogar schon, wie ich meinen LinkedIn-Post anfange über den Podcast. Ich bin gespannt. Du verrätst es jetzt noch nicht, das müsst ihr dann alle sehen. Das müssen die Leute dann alle sehen. Aber es hat was mit Bruce Springsteen, Born in the USA zu tun. Das war mein Lied damals, mein wirklich vor 35 Jahren, als ja Maueröffnung war, davor schon, war das eins der Lieder, die wirklich meine, und damit hat es zu tun. Da habe ich den Cliffhanger. Und Sandra kann uns jetzt sagen, kann uns versuchen zu erklären, was uns so sprachlos macht und kann für eigentlich euch dann auch vielleicht die Angst nehmen oder vielleicht wird sie auch Angst machen. Aber zumindest habt ihr es gehört und könnt ihr diese Woche einfach dann, wenn man schon weiß, was einen erwarten kann, dann ist man, glaube ich, hat man nicht das Gefühl von Kontrollverlust, wenn es passiert. Und das finde ich das Spannende. Ja, das sind doch beste Voraussetzungen für ein wirklich spannendes Gespräch. Und deswegen sagen wir, herzlich willkommen, Sandra. Hallo Moritz, hallo Holger. Ja, schön, dass du da bist, zum zweiten Mal schon. Und du bist ja quasi auf allen Kanälen zu sehen, zu hören. Man würde sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen, hätte man früher dazu gesagt. Wirst du hier auf der Straße auch schon angesprochen? Ja, das passiert. Und erstaunlicherweise sogar in New York, insbesondere wenn Ferien sind, dann muss man schon darauf vorbereitet sein. Aber immer sehr nett. Was wollen denn die Leute von dir? Was wollen denn die Leute? Wollen die ein Bild mit dir haben? Oder wollen die Karriere-Tipps, Aktien-Tipps oder einfach so, ich will Amerika verstehen? Oder was ist das, was die Leute wissen wollen? Genau all das. Also meistens kommt es, sie gucken dich an, das ist ein bisschen irritierend. Und als jemand, den sie kennen, dann überlegst du, eine Sekunde, kenne ich die Person? Dann kommen sie auf dich zu und fragen immer, sind sie nicht die Frau Navidi? Meistens erkennen sie mich allein an den Haaren und dann machen sie ein Kompliment oder sie wollen irgendwas wissen. Foto natürlich, also immer sehr nett. Sehr gut. Aber jetzt sind wir hier im Podcast, können die Leute dich zumindest nicht sehen und aber nur hören. Und umso wichtiger ist es, vielleicht jetzt in einer Minute auch für unsere Hörerinnen und Hörergemeinde, kurz dich vorstellst, sagst, was dich ausmacht, wer dich noch nicht kennt, was er von dir wissen muss und was sie vor allen Dingen in den nächsten 60 bis 90 Minuten hier erfahren wird. Deine Minute läuft jetzt. Mein Name ist Sandra Navidi, ich bin Rechtsanwältin, zugelassen in Deutschland und auch als Rechtsanwältin in den USA. immer noch, bis zum heutigen Tage, obwohl ich meine gesamte Karriere an der Wall Street verbracht habe. Ich bin jetzt seit fast, oder ich bin seit einem Vierteljahrhundert, lebe ich in den USA und seit 2001 in New York. Am Anfang, also ich war, also das sollst du so sagen, ich bin abgeworben worden von die Leute in Tusch in Deutschland für eine Investmentfirma. Da war ich Chefjustiziarin und habe Structured Finance gemacht, also die Konstruktionen, die in der Finanzkrise alle implodiert sind und bin dann ins Investmentbanking gegangen, habe anschließend mit Nouriel Rubini, dem Starökonomen, gearbeitet und mich 2011 mit meiner Firma Beyond Global selbstständig gemacht. Am stolzesten bin ich auf meine drei Bücher, vor allen Dingen auch das letzte, das nominiert war für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2023. Ich mache viel Medien und ich mache so ein Drittel Beratung, ein Drittel Medien und ein Drittel auch Schreiben und diese Dinge, das hat natürlich drei Bücher in relativ kurzer Folge hat extrem viel Zeit gekostet. Aber mit andauerndem Berufstätigkeit konnte ich mir halt auch immer mehr erlauben, das zu machen, was mir Spaß macht. So, jetzt hast du zehn Sekunden mehr gekriegt, aber für drei Bücher darf man auch ein bisschen überziehen. Jetzt wollen die Leute natürlich wissen, auf welches Buch du besonders stolz bist. Vielleicht nennst du noch den Namen, damit Menschen dann auch sofort in den Laden rennen können oder bei Amazon oder wo auch immer bestellen können. Das Buch heißt Die DNA der USA, Wie tickt Amerika? Geschrieben habe ich das 2020 und wenn ich mich selbst loben darf, ich habe ja sehr früh schon 2015 die Entwicklungen, die bevorstehen würden, vorhergesehen und das ist eine Analyse. Vor allen Dingen habe ich versucht, wo ich ja selber hier lebe und jeden Tag aufwache und wie da Sachen passiert sind. Ich denke, das kann, das gibt es doch gar nicht. Es ist so surreal. Ich wollte halt wirklich mal auch für mich recherchieren und erklären, wie das kommt, dass die Amerikaner so dazu tendieren, wie sagt man, also eigene Fakten, sich eine Parallelwelt zu schaffen. Okay. Und im Unterschied zu den Deutschen zum Beispiel, wo liegt da der Unterschied? Also wie kommt es? Was war so deine Erkenntnis daraus? Das hat vor allen Dingen geschichtliche und kulturelle Gründe. Hier sind ja nach Amerika viele Leute gekommen, die zum Beispiel in Europa verfolgt waren oder die sich hier für selbstständig, die sich hier, wie sagt man, verwirklichen konnten. Und das sind natürlich tendenziell Menschen mit größerem Risikohorizont und am Anfang war es ja hier total hart. Also wenn man nach Kalifornien mal mit dem Auto fährt von anderen Staaten, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Pioniere das gemacht haben. Zum Teil da durch die Wüste, monatelang, also wirklich hart. Das waren sehr resiliente Menschen und Menschen, die sich dann auch, die ein gewisses Mindset haben mussten, um hier zu überleben und um hier erfolgreich zu sein. Und dann hat die Kultur verschiedene Aspekte wie der Exzeptionalism, also das Bewusstsein auch des Einzelnen, dass man aus einer außergewöhnlichen Nation kommt. Das schlägt sich natürlich auch im Selbstverständnis des Einzelnen nieder, des Individualismus, den es so in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und das hat alles auch Vorteile. Es hat allerdings auch Nachteile, wenn diese Dinge zu sehr kultiviert werden, wie das Geschehen ist über die letzten Jahrzehnte, dann führt das zu einem gewissen Narzissmus, zu einem gewissen Dematerialismus, den wir sehen und auch einem gewissen Nihilismus. Und auf der anderen Seite sehen wir diese extrem religiöse Tendenzen. Es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das heißt American Taliban. Die ist so extrem, das kann man als Deutscher und Europäer auch nicht fassen. Die USA haben eben keine, in dem Sinne Aufklärung durchlaufen. Zu der Zeit, als es in Europa die Aufklärung gab, da gab es hier halt, wie ich sage, Scharlatane und Astrologen. Also das in der Hinsicht irgendwie ein bisschen rückständig. Okay, also das Buch war dann so eine Art Therapie, die du als Deutscher gemacht hast, um da irgendwie reinzukommen. Nun sagt man ja, viele sagen ja, was in Amerika passiert, kommt irgendwann auch zu uns. Kannst du dir das vorstellen, dass es zu uns kommt? Gut, wir sind aufgeklärt, das hast du ja schon erklärt, aber diese andere Geschichten, die du erzählt hast, der Narzissmus oder der Individualismus oder das Denken, dass man was Besonderes ist, könnte es auch nach Deutschland kommen. Und wenn es nach Deutschland kommt, wollen wir natürlich auch wissen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das Future Proof Mindset, die vier essentiellen Regeln für ihren Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, schon 2021 oder so, da war Chad Chibidi noch gar nicht draußen, da hast du uns schon die Erfolgsfaktoren genannt. Das wollen wir natürlich dann auch noch wissen. Also erst kommt es nach Deutschland und B, wie können wir uns in Deutschland dann am besten aufstellen, dass wir in diesem Zeitalter gut bestehen und vielleicht die Fehler, die in Amerika gemacht werden, irgendwie nicht machen? Ja, wir sehen weltweit im Grunde genommen eine kulturelle Hegemonie Amerikas. Da müssen sie gar nicht viel für machen. Deswegen ist Amerika auch immer noch die beliebteste Einwanderungsnation der Welt. Also die Leute, bei allem, was hier negativ ist, wollen die Menschen hierher kommen. Es gibt verschiedene Aspekte, die unterschiedlich sind, auch noch in Europa. Also auch Aspekte, die dazu beitragen hier, dass die Menschen sich eine parallele Realität schaffen können oder auch eine Manifestation davon, ist zum Beispiel der Pharma-Abuse. Also dass die Leute unglaublich viel, total offen sind, Schlaftabletten zu nehmen und Psychopharmaka und Drogen und so. Da sind sie offener dafür. Die Deutschen sind ja erstmal so, ich muss da durchleiden und den Schmerz ertragen. Dann auch die Selbsthilfeindustrie, dann die plastische Chirurgie. Das kommt ja auch alles von hier. Und nicht zuletzt, zufällig ist das Silicon Valley zu so einer, ist hier entstanden und zu so einer großen Macht geworden und spricht viele Dinge an, die Menschen generell attraktiv sind. Deswegen sieht man mit einem gewissen Zeitverzug, dass die Trends es dann alle auch nach Deutschland schaffen, wie zum Beispiel die Social Media und die plastische Chirurgie bei jungen Menschen oder auch dieser ganze Kosmetik-Trend, den man sieht. Also da sind ganz, ganz viele Faktoren, wie sich die Medien verändert haben. Was da zusammenkommt, das würde jetzt hier zu weit führen. Deutschland hat, ja. Aber kommt das nach Deutschland? Also die Frage ist ja, was du ja erlebt hast, du hast ja selbst erzählt, das bringt dich so ein bisschen, du denkst so hoch, das hätte ich nicht geglaubt, das ist ja unglaublich. Einige Trends, sagst du, kommen zu uns, andere nicht. Was glaubst du denn, als Deutsche hast du ja beide Länder, kennst du ja. Ja, man sieht ja schon zum Teil, dass die Trends angekommen sind, auch nicht nur kulturell, sondern auch politisch, dass immer mehr nach rechts driften, dass sich isolieren in Echokammern auf beiden Seiten, muss man sagen. Und ich glaube, je länger das andauert, desto stärker wird das werden. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang sind die Tech-Konzerne, die sozusagen auch eine Hegemonie betreiben. Wir sehen jetzt, dass zwei Silicon Valley-Titanen, nämlich Elon Musk und J.D. Vance, sich in die Präsidentschaft sozusagen einkaufen. Elon Musk möchte Co-Präsident werden. Und da sehen wir einen ganz gefährlichen Zusammenschluss zwischen politischer Macht, Finanzmacht und Tech-Macht. Also er hat Zugang zu allem und sitzt auf einem riesigen Datenschatz aus allen seinen unternehmerischen Aktivitäten, der ja auch wegen seiner Regierungsaufträge und Regierungssubventionen überhaupt erst machen konnte. Er hat auch die Nase vorn, was künstliche Intelligenz angeht, kann das also diese Daten auch munitionieren. Da sehen wir einen sehr gefährlichen Trend. Der lässt sich nicht eins zu eins nach Europa transferieren. Also es ist fast so eine Art kultureller und politischer Kriegsführung, die wir hier anhand von Daten sehen. Und Europa hat ja einen höheren Datenschutz. Da bleibt eben abzuwarten, wie Europa sich da abschirmen kann. Aber ich glaube, diese Vormacht grundsätzlich der amerikanischen Tech-Konzerne ist extrem gefährlich. Und das wäre eben auch ein Einfallsvehikel, um Einfluss zu nehmen weiter auf die Kultur und die Politik in Europa und speziell auch Deutschland. Ja, ich glaube, über die Rolle von Elon Musk müssen wir später vielleicht nochmal sprechen. Aber ich würde tatsächlich gerne nochmal kurz bei dem Unterschied zwischen Deutschland und den USA bleiben oder Europa und den USA bleiben. Weil ein großer Unterschied, den ich immer sehe, sind ja die unterschiedlichen Sozialsysteme zum Beispiel. Was mich in Amerika mal sehr beeindruckt, ist dieser Leistungswille, dieser Wille zur Innovation, dieses Unternehmertum. Da sind wir in Deutschland ja deutlich hinterher. Und für mich hängt das meiner Meinung nach auch immer ein bisschen damit zusammen, dass es in den USA quasi, wenn man arbeitslos wird, keine Auffangnetze gibt. Auch wenn man krank wird, kaum Auffangnetze gibt. Dass dieser Ansporn, diese Leistungsbereitschaft zu zeigen, viel, viel größer ist als in Deutschland. Also wenn ich das jetzt mal das Worst-Case-Szenario weiterspinne, dann kriegen wir die ganzen negativen Trends aus den USA. Aber das trifft bei uns auf ein, sag ich mal, ein Land, was beim Mindset nicht so, sag ich mal, nicht auf der Höhe ist. Also das klingt für mich nach einem Worst-Case-Szenario. Wie siehst du da diese Unterschiede in der Leistungsbereitschaft? Ja, das sehe ich ganz genauso wie du, Moritz. Ich denke, dass das Sozialsystem oder Systeme in Deutschland völlig ausgeufert sind. Und natürlich verringert das die Leistungsbereitschaft von Menschen. Sie sind ja gar nicht so unter Druck. Ich finde, hier in Amerika ist es ein bisschen zu sozial-darwinistisch. Wobei es besser geworden ist, muss man auch sagen. Und es kommt hinzu, dass die Menschen risikofreundiger sind hier, deswegen auch, weil es keine Auffangnetze gibt, aber auch scheitern nicht negativ betrachtet wird. Also wenn man zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor allen Dingen aus Europa, da gab es ja noch die Finanzkrise, und die Leute gesagt haben, nein, mach das nicht, das klappt bestimmt nicht. Bei einer Einstellung war okay, wenn es nicht klappt, dann kann ich wieder zurückgehen in eine Anstellung. Ich will es jetzt mal probieren. Und das ist eben das Mindset hier. Und den Trend, den ich grundsätzlich in Deutschland beobachte, der mir so fremd ist, und ich glaube, der sich auch verändert hat im letzten Vierteljahrhundert, ist diese Woke-Verweichlichung. Also es gibt bei dem Woke-Sein ja sicherlich ein breites Spektrum und Dinge, die berechtigt sind, dass man die betrachtet im Umgang mit seinen Mitmenschen. Aber auch dieser Woke-Ism ist total ausgeufert. Nicht nur in den USA hier, zum Nachteil der Demokraten, selber schuld, und auch in Europa. Und wenn ich höre, dass die Leistungs-, die Bundesjugendspiele abgemildert werden, damit die Gefühle von nicht-sportlichen Menschen eben da geschützt werden, all diese Dinge, geringere Leistungsbereitschaft, Work-Life-Balance bei jüngeren Leuten, das sind alles so Dinge. Und ich habe es zum Teil auch schon erlebt, wenn ich, ich arbeite sehr viel mit deutschen Unternehmen zusammen und wenn ich dann sage, ja, können wir das, können wir das jetzt noch machen? Dann sagen die, nee, ich habe um 18 Uhr Feierabend. Das wäre mir damals in der Position, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Natürlich wäre ich dann geblieben und habe ich hier in Amerika, habe ich oft bis abends spät gearbeitet. Okay, hier ist das andere extrem, aber ich glaube, Deutschland hat grundsätzlich ein Mindset-Problem. Es ging zu lange, zu gut. Da sind viele Faktoren, die auch da reinspielen, die schuld sind, nicht zuletzt natürlich, die Politik und die Merkel-Politik. Aber da muss aufgerüttelt werden. Alles fängt mit Mindset an, also die menschliche Software. Wir sehen es hier, wie es beeinflusst wird von den Tech-Konzernen. Dann braucht man keine Waffen mehr. Das ist das leichteste Mittel, um das Leben zu beeinflussen, Menschen zu beeinflussen. Wir haben ja zum Glück viele Hörer, die leistungsbereit sind und die gerne was erreichen wollen. Und du wolltest jetzt rütteln. Jetzt hast du die Leute hier aufgeweckt und du gibst ja tatsächlich auch Tipps. Also du hast dein Buch geschrieben, das Future-Proof-Mindset, die vier essentiellen Regeln für ihren Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, hat Holger eben schon angesprochen. Und du hast, wenn wir richtig recherchiert haben, gibst du auch einen Kurs, Meet Your Master, wo du ausgewählten, prominenten Karriere- und Erfolgstipps gibst. Was ist denn so dein Tipp? Also erstens, was machst du da? Und zweitens, was ist denn so dein Tipp für unsere Hörer, wie sie ihr Mindset verbessern und was sie erfolgreich macht? Ja, ich wollte vor allen Dingen etwas Wissen vermitteln, damit man überhaupt weiß, was auf einen zukommt und manche Dinge auch relativieren. Es gab ja schon vor Jahren die berühmte Oxford-Studie, die gesagt hat, also jetzt vor zwei Jahren wären schon 50 Prozent aller Jobs weg. Das ist natürlich alles so, auch die Schwarzmalerei, gerade der Tech-Titan oder Elon Musk. Die Welt geht unter, die USA geht pleite. Dem liegen verschiedene Ideologien zugrunde. Das ist natürlich auch alles, muss man relativieren. Also das System zu verstehen und wohin die Reise geht, ist schon mal wichtig. Politik, viele Leute haben es ja auch schon mitbekommen. Vor der Recherche zu meinem Buch wusste ich zum Beispiel gar nicht, wie viele Menschen, vor allen Dingen in den USA, schon freie Mitarbeiter sind, nur noch auf Contract-Basis. Also das erwischt ja immer mehr, dass auch die, die angestellt waren, irgendwie outgesourced werden. So mein Anliegen war auch darzustellen, dass es nicht nur große Herausforderungen gibt bei dieser industriellen Revolution, dass die grundlegend anders ist als alle, die wir vorher hatten, aber dass es auch Chancen gibt, aber dass man eben sich darauf einstellen muss. Und in dieser virtuellen Welt und künstlichen Intelligenz kommt es halt insbesondere auf geistige Arbeit, geistige Tätigkeit an. Und da spielt das Mindset eine wichtige Rolle. Und ich habe auch ein bisschen versucht hervorzukehren, dass es wichtig ist, und dass es auch dafür gute Möglichkeiten gibt, seine eigene Nische zu finden. Dass man im Grunde genommen heutzutage viel mehr Möglichkeiten hat als früher, genau das zu finden, was einem liegt und sich da hervorzuheben. Also auch eine virtuelle Online-Identität zu schaffen. Ich erkenne immer noch junge Leute, die das nicht machen und davon nachlässigen. Heute ist es so, wenn Arbeitgeber googeln, Personalchefs oder Personalangestellte googeln, wenn da nichts steht, dann ist es schon fast verdächtig. Oder wenn man nicht selber gepostet hat und da steht dann eben nur Negatives, das geht dann ganz nach oben, ist auch schlecht. Also alleine... Also jeder sollte LinkedIn haben. LinkedIn, LinkedIn. Also jeder braucht LinkedIn. Jetzt haben wir beide hier das gleiche Einfall gehabt. Also jeder braucht ein LinkedIn-Profil. Wäre das schon mal eine Sache. Wir müssen jetzt hier konkret ja werden. Ja, LinkedIn ist ganz wichtig, halte ich für sehr sinnvoll. Da gibt es dann auch nochmal spezielle Tipps, wie man sich da verhalten sollte. Das ist kein Dating-Service. Wenn man negative Kontakte hat, sollte man die auch zurückhalten. Das reflektiert nur schlecht auf einen. und also sehr wichtig. Kann nicht schaden, kann nur nutzen. Gut, jetzt haben wir LinkedIn. Was geht jetzt weiter? Du hast ja gesagt, wir müssen hier in Deutschland durchrütteln. Jetzt rüttel mal los. Was müssen wir erstmal können? Also welche Eigenschaften, es ist ja egal, ob ich mich irgendwie selbstständig mache, ob ich erfolgreich in einem Konzern agieren will oder was auch immer, brauche ich jetzt besondere geistig agile Fähigkeiten, die wichtig sind, um in dieser neuen Welt erfolgreich zu sein. Welche sind es? Also welche drei würdest du sagen? Welche Eigenschaften muss man mitbringen? Durchhaltevermögen könnte ich mir vorstellen. Oder es sei eher etwas durch Sachen, die man auch möglichst trainieren kann. Und dann sagst du uns, wie man Resilienz aufbaut, wie man Durchhaltevermögen hinbekommt oder was auch immer. Viele Menschen haben eine irrationale oder vielleicht auch rationale Angst, so ein ominöses Gefühl angesichts der Veränderungen, die wir sehen. Jetzt ja auch in der deutschen Industrie, VW und was auch immer. Das ist natürlich nicht konstruktiv. Man darf nicht die Angst, man darf nicht zulassen, dass die Angst einen übermannt. Aber man sollte schon ein alarmiertes Gefühl haben. So, es geht jetzt um Sink or Swim. Entweder man, we get your shit together oder zum Beispiel auch für Deutschland als Ganzes. Dieses, ich bin für Gewerkschaften natürlich, ich bin für Arbeitnehmervertretung. Das ist ein wichtiges Ausgleichselement. Aber jetzt zum Beispiel die Lohnforderungen im Hinblick auf VW. Man kann nur staunen. Also das sind wenig konstruktive Aspekte. Also das heißt, man soll alarmiert sein, man soll für sich persönlich auch und sagen, okay, ich work-life-balance, das kann man sich jetzt nicht mehr erlauben. Wir konkurrieren mit der gesamten Welt. Wir haben Inder, wir haben Chinesen, die arbeiten sieben Tage die Welt. Ich war in China und habe da mit jungen Leuten gesprochen. Die haben gesagt, oh, Sonntag arbeiten ist ja wahrscheinlich, da wurden uns so Immobilien gezeigt. Und dann haben sie gesagt, nein, wir arbeiten total gerne Sonntag. Das macht Spaß und wir sind dankbar, diese Einstellung zu haben. Und ich meine, die Einstellung habe ich auch, als ich nach Amerika gekommen bin. Ich habe mich nicht beschwert. Habe ich das immer gerne gemacht? Hat mein Privatleben drunter gelitten? Ja, aber das ging halt hier nicht anders. Und deswegen floriert New York auch so, weil die Leistungsbereitschaft der Einzelnen hier enorm hoch ist. Und wem das nicht gefällt, der muss halt in entspanntere Gebiete ziehen. Und so gilt es auch für, ja. Okay. Also der muss dann auch in den öffentlichen Dienst sich bewerben. Und das machen ja auch viele, wollen ja auch viele machen. Aber gut, das wäre dann eine Lösung. Hast du noch weitere Lösungen, die du in deinen Masterkursen Leuten gibst? Da werden ja auch Leute kommen, werden mit Problemen an dich herantreten, werden sagen, bitte versuch mir, dieses Problem zu lösen. Oder kannst du mir dabei helfen, da was zu machen? Was sind denn in den Masterkursen die meistgestellte oder die meistbearbeitete Problematik? Viele, also die meisten Fragen eigentlich, bekomme ich zum Networking. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, Superhubs, da ging es ja, internationale Bestseller übrigens, da ging es ja im Wesentlichen auch um Netzwerke und zu erklären, wie die funktionieren anhand von Network Theory. Und die meisten Leute, und gerade in Deutschland, ist das Networking, wird immer noch komisch betrachtet. Ich lese auch negative Artikel, zum Teil über LinkedIn, wo ich nur staunen kann. In Amerika wird LinkedIn, in Amerika wird das Netzwerken grundsätzlich anders betrachtet. Es ist klar, dass jeder etwas von jedem will im Berufsleben und es ist völlig legitim, dass jeder auch etwas zu verkaufen hat und das auch muss. Das bringt die Wirtschaft am Laufen. Wenn man jemanden nicht mag, jemandem nicht vertraut, dann muss man ja mit dem nicht networken. In Deutschland ist die Wahrnehmung eher, das ist so inauthentisch, opportunistisch. Nein, wenn man das richtig macht, dann ist das ein Win-Win für alle und man muss es langfristig sehen und man sollte auch selber geben. Und auch für das Privatleben ist es wichtig und auch innerhalb eines Unternehmens zu networken. Aber das ist interessant, weil was heißt denn Networking für dich? Was muss ich denn machen? Heißt, ich muss auf Partys gehen, ich muss auf Messen gehen, ich muss da Leute ansprechen. Also wie network ich richtig? Ich meine, du bist ja dafür bekannt, dass du eine der bestvernetzten Personen bist in der globalen Hochfinanz. Wie gehe ich das an? Also wo finde ich Leute, die mir weiterhelfen? Also erstmal learning by doing. Als ich hergekommen bin, kannte ich hier niemanden. Und natürlich wäre ich auch am liebsten nach der Arbeit auf meinem Sofa sitzen geblieben, vor allen Dingen, weil ich kaputt war und keine Lust hatte und weil ich auch, man hat eine gewisse Angst, wenn man auf so ein Event geht und man kennt keinen, das ist unangenehm. Jetzt sind die Amerikaner besonders, wie sagt man, gewieft im Netzwerk und wenn die sehen, da steht einer alleine, dann holen die einen direkt dran und sie machen es einem einfach. Aber der Tipp auch für Deutsche ist, okay, erstmal überwinden und wer meint, das liegt einem nicht so, wenn man das öfter macht, dann wird es leichter. Und am Anfang hatte ich auch nicht den Luxus, mir jetzt groß auszusuchen, was sind meine Interessen oder wer könnte mir liegen. Ich habe erstmal jede Einladung angenommen und dann kristallisiert sich das mit der Zeit raus. Die sind nichts für mich, die hatte auch von Libertarians, also politische Einladungen, die ich ganz schrecklich fand und Sportsachen, die mir nicht so lagen und nach und nach kennt man mehr Leute, dann kann man wählerischer werden und wichtig ist eben auch, was ich hier an den Amis auch total super finde, die sind sehr giving, also dass man eben nicht opportunistisch denkt, was kann ich von dem, wie kann ich profitieren und deswegen mache ich jetzt das so ganz strategisch. Nein, erstmal melden, erstmal nett, ohne irgendwelche Motive zu haben und Beziehungen langfristig zu sehen und erstmal geben, 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 was man kann, was man will. Man kommt in diesen Flow rein, irgendwann automatisch und dann kommen auch Sachen zurück und das funktioniert hier gut. Ich beleuchte im Buch die DNA der USA kritisch, den Sozialdarwinismus hier, der mir nicht gefällt, der ja rechtspolitisch hier anzusiedeln ist. Auf der anderen Seite, finde ich, sind die Amerikaner, vor allem lokal und in ihrem Mikrokosmos, sind die wahnsinnig hilfsbereit und dieses Networking ist im Grunde genommen auch wie ein Schmiermittel, was die Beziehungen zusammenhält. Also langfristige Beziehungen aufzubauen, entweder im persönlichen Umkreis, im beruflichen, in der eigenen Firma, ist wahnsinnig wichtig und vor allen Dingen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz werden menschliche Beziehungen noch wertvoller. Also je mehr Zeit wir hinter, das haben wir ja in Covid gesehen, wir haben alles, konnten wir so ziemlich von zu Hause machen und wir konnten es gar nicht erwarten, rauszuströmen und Leute auf Messen, ich habe vorher, Geschäftsreisen waren mir zu viel und Messen langweilig und so, das habe ich dann nachher total gerne gemacht, weil alle haben gehungert nach diesem zwischenmenschlichen Austausch. Also Messen würdest du machen, jetzt vielleicht hast du auch Ideen, wie man jetzt, nehmen wir an, jemand möchte nicht das Haus verlassen, ist es bei LinkedIn und will jetzt da irgendwie ein Netzwerk aufbauen. Gibt es da für dich so eine Idee, wie ich jemanden anschreibe, eine Freundschaftsanfrage stelle, das ist ja wie bei bei Facebook oder bei anderen Netzwerken auch, ich kann jemanden anschreiben und sagen, darf ich da im Netzwerk beitreten und was schreibt man da, damit man irgendwie, damit derjenige einem positiv gesonnen gegenübersteht und wie kann ich da ein Netzwerk aufbauen? Ja, das ist natürlich, wenn es gar keine Bezugspunkte im persönlichen Leben geht, ist das eher weniger vielversprechend. Was die Chancen erhöht auf einen nachhaltigen, auf eine nachhaltige berufliche Beziehung ist, ist, wenn man vielleicht eine Vorstellung von jemand anderem bekommen kann. Also jemand anders hilft einem zu verknüpfen oder man kann sich zumindest auf einen gemeinsamen Bekannten, ein gemeinsames Projekt, irgendwas, was man gemeinsam machen könnte, beziehen. Und dann vor allen Dingen, in Anführungsstrichen, Vorleistung treten, zu etwas gratulieren, zu etwas ein Kompliment machen, einen Artikel schicken, von dem ich da denke, der könnte sie interessieren, könnte man dazu schreiben. Also lauter solche Sachen, direkt irgendwas im Sinn zu haben, direkt irgendwas zu fragen. Ich kann mich, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Spam-Sachen, die man jeden Tag auf LinkedIn bekommt. Die werden sofort gelöscht. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Also auch das, was du gerade gesagt hast, das haben die, würde ich sagen, wir haben 99 Prozent der Leute, die mir kalte Akquise schicken, noch nicht beachtet. Also vielleicht kleiner Aufruf an alle, dass sie versuchen, ein bisschen persönlicher zu werden. Ich bin auch in der PR-Branche, finde ich immer faszinierend, dass die Leute einfach sagen, ja, guten Tag. Sie haben ein spannendes Profil. Sie haben ein spannendes Profil. nicht mal das. Sie haben das Profil sich nicht mal angeguckt und wollen ein Thema machen. Und dann, wenn man sagt, nee, das ist überhaupt nicht mein Thema, dann sagt man, oh, wer macht das denn bei Ihnen? Und dann denkt man sich so, ey, so geht das mittlerweile los. Und du sagst, erst mal mit demjenigen oder derjenigen, mit dem man sich beschäftigen oder verknüpfen will, sollte man vorher ein bisschen Recherche machen und dann spezifische Sachen angehen. Das ist erfolgversprechender, weil jeder liest ja am Anfang erst mal lieber, wenn man sagt, Mensch, haben Sie einen tollen Artikel geschrieben oder Mensch, haben Sie eine tolle Sache da gemacht oder guck mal, da hätte ich noch eine Idee, was Ihr Leben bereichern könnte und so weiter. Gut, das ist schon mal ein guter Tipp. Hast du noch einen zweiten Profitipp für uns? Ja, also ich glaube, man sollte sich die digitale Identität aufbauen. Resilienz hatten wir schon angesprochen. Wie kann man das machen, wenn ich jemand bin und die junge Generation tendiert ja zu, mit Kritik anders umzugehen und da erst mal geknickt zu sein und da auch eher haarstraf zu reagieren oder eben sich zurückzuziehen. Und jetzt wirst du ja wahrscheinlich sagen, Resilienz heißt, ich muss dann wieder, also beim Sport, wenn ich sage, Mundabputze, nächstes Mal spielen und im normalen Leben, sag mal, wieder aufstehen und weiter geht's. Aber das ist ja leichter gesagt, dass es getan ist. Das betrifft einen ja auch. Und selbst wenn ich jetzt hier jede Woche die Dutzende Mails lese, wo die Leute Feedback geben, wenn ich von den Mails, wo jemand sagt, der Chapitz ist unverschämt, grätscht den Leuten ins Wort, macht hier Mansplaining und ist ein Idiot, das macht mich trotzdem immer noch, man nimmt mich das mehr mit, als wenn 100 Leute schreiben, geiles Interview, du bist der Geilste. Ist ja trotzdem noch was anderes. Kannst du uns mal mitteilen, wie man da eine gewisse Resilienz aufbaut? Ja, ich glaube, das muss man einfach, muss man sich dazu zwingen und sagen, gerade jüngere Menschen wird ja viel mehr in Anführungsstrichen vergeben. Also man kann scheitern und wenn das bei einem 20-Jährigen passiert, wird das ganz anders aufgenommen als bei einem 50-Jährigen, also in Deutschland zumindest. Das heißt, nimm dir die Freiheit, dir auch Fehler zu erlauben. Man selbst ist häufig der schlimmste Kritiker von einem. Und dann, das geht mir auch heute noch immer so, wenn ich Leute mit einem Projekt irgendwie an sie herantrete und auch beim Networking passiert das, dass jemand nicht zurückschreibt und man denkt, oh Gott, was habe ich was falsch gemacht? Lauter solche Dinge. Also im Grunde genommen Rejection. Man hat Angst, zurückgewiesen zu werden oder nicht gut auszusehen, weil man in etwas scheitert. Und ich glaube, das muss man einfach, man muss sich dazu zwingen. Das ist mir zum Teil heute auch immer noch unangenehm, aber man muss sich vor Augen führen, wenn ich das nicht mache, passiert nichts. You gotta hassle. Du musst rausgehen, du musst dich bewerben, du musst Dinge versuchen, du musst versuchen, innovativ zu sein. Übrigens auch ein Punkt aus meinem Buch, wo ich den Kodak-Moment zitiere. Also bei Unternehmen sieht man das jetzt gerade ja leider auch, wenn man das hier im Grunde genauso denken müssen wie Unternehmen. Die mussten sich auch immer Innovation betreiben, sonst gehen sie unter. Und ich glaube, dieses Prinzip trifft auch heute immer mehr auf Leute zu, auch jüngere Leute. ihr müsst euch anpassen, ihr dürft nicht denken. Ich habe auch Studien zitiert, zum Beispiel, dass jüngere Menschen, die heute von der Uni kommen, bis zur Pensionierung, jetzt höre ich ganz lautes Tippen im Hintergrund. Ja. Ich habe nur gerade hier dem Kollegen, wir müssen ja auch miteinander kommunizieren, das machen wir über das Tippen. Okay, dass man im Grunde genommen Menschen, die heute von der Uni gehen, dass die bis zur Pensionierung dutzende Male sozusagen den Job wechseln werden, also jedenfalls so häufig. Und dass man eben sich schon darauf vorbereiten muss, dass man sich ändern muss, da werden unangenehme Zeiten kommen. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis für Ältere, die Kinder haben. Also ich würde mein Kind schon in sportlichen Wettbewerb schicken, auch wenn es nicht so sportlich ist, weil ich glaube, das ist auch eins der Erfolgsrezepte hier in Amerika. Der Sport schon von jungem Alter an und auch in Teams. Ja, hier ist der Individualismus sehr verbreitet, der in Teilen auch Empowering ist für den Einzelnen. Aber dieses vom Kind an in Teams Sport zu machen und auch sich selber beweisen zu müssen, für die Schule zum Beispiel Leistungssport zu machen und wenn man das gar nicht kann, irgendeinen Ausgleich dazu finden, was sie nicht in der Sportband mitspielen oder in der Organisation, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also ich würde Eltern den Tipp geben, versucht nicht, euer Kind vor dem Scheitern zu bewahren. Es gibt gewisse harte Erfahrungen im Leben, da kann man ein Kind nicht verschützen, da muss man durch, das stärkt einen nur. Einfach ins Wasser werfen, sagen schwimm. Sehr gut, nehme ich mir zu Herzen. Nehmt er sich zu Herzen, der Kollege hat bald ein Kind. Ich habe schon zwei, ich habe es versaut oder nicht versaut, aber zumindest der Jüngere macht regelmäßig zum Schach und der Ältere spielt Fußball. Insofern haben die beide irgendwie sportliche Sachen. Jetzt würde mir noch eine Frage zu Kritik. Wie gehst du mit Kritik um? Du wirst ja wahrscheinlich, auch viele Leute werden ja sagen, oh, Mandi Navidi, was ist das denn für eine Dünnbrettbohrerin? Oder was sind die auch immer für Kritik? Du wirst ja wahrscheinlich viele Kritik auch bekommen. Wer sich exponiert, kriegt ja sowas auch. Wie gehst du damit um und was würdest du Leuten sagen, wie kann man erfolgreich mit Kritik umgehen? Ich frage für einen Freund. Ich bin relativ hart gesotten, weil das kommt einfach durch meine Zeit hier in New York. Man ist mit so vielen auch negativen Erfahrungen konfrontiert, dass man lernt, sich davon abzuschotten, die fernzuhalten, um seine eigene Integrität und innere, emotionale Stärke zu bewahren. Kann man nicht alles an sich ranlassen. Was Kritik betrifft, sachliche Kritik ist immer willkommen, schätze ich ja bei dir auch. Alles, was Beleidigungen angeht, das kann auch, also ich denke immer, darf sich jemand bei mir im Haus so benehmen und ich kriege die zu 99 Prozent von Männern. Natürlich, weil ich in einer immer noch männlich geprägten Branche tätig bin. Wer beleidigt, wird geblockt. Unter der Gürtellinie natürlich total. Und man muss immer daran denken, dass es häufig ja diese negativen Kommentare eine Reflexion sind für die Person selbst. Auf YouTube oder anderen Social Media kann man seine Identität verschleiern. Aber zum Beispiel auf LinkedIn passiert das zu meinem großen Erstaunen auch, wo ich denke, um Gottes Willen, das ist ja total peinlich für die Person. Mir ist es wurscht. Für mich Kritik, die mich dann betreffen würde, ist die von Menschen, die mir wichtig sind, die mir nahe stehen. Wobei die natürlich dann wirklich gut gemeinte Kritik, auch wenn sie härter von mir empfunden wird, äußern. Also ich glaube, es ist wichtig, sich auch abzuschirmen von dem Bullshit und das einfach nicht an sich rankommen zu lassen. Ja, finde ich echt klug eigentlich, sich das mal vor Augen zu führen und zu sagen, ja, was sagt das eigentlich über den Sender aus? Und du hast natürlich vollkommen recht, die hilfreichste Kritik kommt immer von den Leuten, die einem eigentlich am nahestehen, weil die wollen einem wirklich helfen. Ich versuche jetzt die Überleitung zum Mindset zu machen, denn bevor wir gleich darüber reden, was ist jetzt eigentlich gerade in Amerika akut los, möchte ich kurz über eine Sache reden. Du hast nämlich vorhin deinem Elevator-Pitch verschwiegen, dass du aus Mönchengladbach kommst. Und es ist wirklich eine fast göttliche Fügung. Ich war noch nie in meinem Leben in Mönchengladbach, aber am Sonntag werde ich das erste Mal in meinem Leben in diese Stadt einfallen, weil mein Fußballverein Werder Bremen dort spielt. Das heißt, ich bin am Sonntag das erste Mal in deiner Heimatstadt. Und deswegen habe ich eine doppelte Frage und zwar zum ersten, was erwartet mich denn? Und zweitens, weil ich ahne, was da kommt, welches Mindset braucht man denn, um in Mönchengladbach zu leben? Die Frage, die man natürlich fragen muss, kommst du mit dem Zug an oder fährst du direkt mit der Autobahn ins Stadion? Weil das ist ein Riesenunterschied, weil man mit dem Zug in Mönchengladbach ankommt. ich werde beides haben. Du kommst also am Bahnhof an? Ja, nee, ich komme tatsächlich mit dem Auto an, aber ich fahre mit dem Zug weg. Okay, dann müsste dein blaues Wunder erst am Ende. Aber jetzt soll Sandra sagen, also, was erwartet mich und was für Mindset muss man in Mönchengladbach haben dafür? Mönchengladbache sind typische Rheinländer, die sind gut drauf und freundlich. Die Stadt an sich könnte etwas schöner sein, das ist halt, ist in der Nähe von der holländischen Grenze, ist im Krieg zerstört worden, zum Teil wenig schön aufgebaut und dann ist auch nichts mehr daran geändert worden. Also die Stadt hat eigentlich Federn gelassen, muss man sagen, auch im Rahmen der Globalisierung, wenn man sich die Innenstädte anschaut, das ist so ein ganz typisches Phänomen eigentlich, aber es gibt gute Restaurants, Kneipen, nette Leute. Der Bahnhof... War das nicht mal Textil? War das nicht mal Textilwirtschaft da in Mönchengladbach? War das nicht mal so eine Stärke von denen? Genau, das war eigentlich da eine wohlhabende Gegend, da kamen viele Textilunternehmer her, die dann im Rahmen der Globalisierung outgesourced haben nach Indien und andere Länder in diesem Raum und es war eigentlich, ja, also typisches Globalisierungsphänomen, Reit, der Stadtteil aus dem ich komme, war so ein kleines Schmuckkästchen, auch die Innenstadt, da gab es viele schöne Geschäfte, auch wenn die Stadt an sich nicht reich war, aber wie das eben früher so war und das ist jetzt alles ausgedünnt, ein Euro-Geschäft, die Shisha-Bars, ja. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich komme aus Bremen und kann sagen, da ist es exakt genauso. Die ganze Scham der Städte, der geht, in Leipzig ist es zum Beispiel nicht so. Nee, Leipzig ist total schön. Das Leipzig gewinnt total und Bremen hat aber exakt das gleiche Phänomen. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, was hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Bremen am meisten verändert, hätte ich gesagt, ja, in der Innenstadt sind noch ein Euro-Shops und Shisha-Bars. Also es ist schon echt, also ihr seid nicht alleine. Aber gut, dann komme ich. Du wolltest den Bahnhof noch anschauen, da bin ich dich vorhin unterbrochen. Ich bin damals am Bahnhof angekommen, da war eine Riesenbaustelle und das war für mich ein traumatisches Erlebnis und dann guckte man gerade weg, also die Hälfte war weggerissen und dann guckte man aber weiter und dann war irgend so ein 70er-Jahre-Bauer da und man hat sich so, hm, nicht so geil. Vielleicht kannst du da Moritz noch sagen, wenn er am Bahnhof langkommt, wie er das mental für sich, nicht, dass er dann mit einem schlechten Gefühl aus der Stadt geht, obwohl die Punkte wird er wahrscheinlich kriegen, so gut spielen die gerade nicht, aber möglicherweise, wenn er dann nur mit einem Punkt fahren müsste und dann noch am Bahnhof aufgibt, was passiert dann? Das kommt darauf an, ob du Moritz in Reit oder in Mönchengladbach ankommst. Holger, du sagtest, der war abgerissen, dann gehe ich davon aus, dass du in Reit angekommen bist, ich weiß jetzt nicht vor wie langer Zeit, macht aber nichts. Das war nicht so lange her, das war vor einem halben Jahr bin ich Hauptbahnhof, Mönchengladbach Hauptbahnhof und dann kommt man da an und dann war da eine Riesenbrache erst mal vorne und dahinter war dann, da dachte man so, warum haben sie das nicht auch gleich mit weggerissen und dann hat man nach links geguckt, dachte, da hätte man auch noch was wegreisen können und dann guckt man nach rechts und dachte, da eigentlich auch. Guter Punkt. Also der Bahnhof wie in vielen deutschen Städten ist unerfreulich und dazu kann ich auch direkt hinzufügen, dass ich schon vor langer Zeit gesagt habe, dass wenn ich in Deutschland bin, dann benutze ich eben viel Bahnhöfe, also die Bahn, dass ich mich unsicher fühle an Bahnhöfen schon länger, da fühle ich mich hier viel sicherer und Mönchengladbach ist da nicht anders als die anderen Bahnhöfe. Okay, Köln war ich letztens, war jetzt auch nicht so ein richtig geiles Gefühl, da rumzulaufen. Okay, also haben wir noch was, was wir lernen könnten aus Amerika. Bist du jetzt fein mit Mönchengladbach? Dann können wir uns jetzt mal Amerika erklären lassen. Jetzt wollen wir auf jeden Fall in den Bahnhöfen, das ist sicherer, das ist schon mal schön, aber jetzt fragen wir uns insgesamt, du hast ja vorhin schon am Anfang erzählt, du selbst wirst nach 25 Jahren, die du da bist, immer noch erstaunt gucken, was da passiert und jetzt gucken wir, die wir nicht 25 Jahre da sind, sondern aus Deutschland gucken, was ist da gerade los? Wir sehen da irgendwie Trump im Müllwagen fahren, wir sehen, er erzählt Geschichten, wir sehen irgendwie Kamala Harris, die irgendwie jetzt einfach mal keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen und fragen uns, hey, was macht denn die? Und meine Jungs denken auch so, macht die überhaupt Wahlkampf? Irgendwie erklärst du uns, was wir da gerade erleben und wie es da gerade sich abzeichnet. Im Grunde genommen, was wir jetzt hier sehen, was du beschrieben hast, was so surreal wirkt, ist auch oder liegt auch daran, nicht nur an Social Media, sondern daran, wie sich die Live-Medien hier verändert haben, dass auch ernste Nachrichten immer mehr zu, Entertainment verkommen sind, dass alles banalisiert werden muss, damit die Menschen das überhaupt noch sich anschauen, weil natürlich die, ich habe auch ein weiteres Kapitel im Buch, Brot und Spiele, dass die Menschen im Grunde genommen, ja, es läuft eigentlich auf Verdummung raus, dass die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt wird, dass die Reizschwelle extrem hoch gesetzt wird, also alles, was normale Nachrichten sind, wird schon gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt hat, was zum Beispiel Schusswaffenattentate hier betrifft. Früher war es vielleicht noch ein Thema, in der Zeitung auf der ersten Seite, wenn es irgendwo eine Massenschießerei gegeben hat, wo vier Leute gestorben sind, heute müssen mindestens, weiß ich nicht, über zehn erwischt worden sein, damit das überhaupt noch zur Kenntnis genommen wird. Das Gleiche bei Unwettern. Wir haben regelmäßig in Kalifornien, durch Brände verschwinden ganze Städte, ja, oder auch durch Überschwemmungen, die große Unglücke. Das Einzige, was Aufmerksamkeit erregt hat, weil es neu war, weil letztes Jahr diese Brandwolke, in der New York ja auch versunken ist, die aus Kanada kam, von dem Brand der Wälder dort. Also, da kommt viel zusammen und dadurch verschiebt sich auch wahnsinnig viel. Und was mich manchmal ärgert, ist, wenn ich in deutschen Medien sehe, dass es dann so auch falsch wiedergegeben wird. Also zum Beispiel nehmen wir Kamala Harris und ihren Wahlkampf, der grundsätzlich gegen Trumps Wahlkampf verblasst und auch total langweilig wirkt, weil er eben nicht crazy ist. Und crazy und negativ kriegt immer mehr Aufmerksamkeit. Ja, das ist ja ganz interessant. Du sagst, das Spiel hat sich eigentlich geändert. Es geht gar nicht mehr um Inhalte, sondern es geht vielmehr am Ende, wer hat das bessere Entertainment. Und das, ehrlicherweise, ist ja auch schon ein Teil der Antwort vielleicht, warum es für Trump, also nicht nur gefühlt, sondern in den letzten Wochen besser lief, weil er dieses Spiel des Entertainments, wie er gelernt hat. Ich meine, er kommt, er ist seit Jahrzehnten eigentlich in dieser Entertainment-Branche groß geworden. Und wenn man sich jetzt so die Bilder anguckt, die er produziert, also ich denke jetzt eher bei McDonalds, ich denke eher im Müllwagen, auf dem Rollfeld, das sind ja starke Bilder und die treffen eben in den sozialen Medien auf eine Generation, vor allem die dann wirklich nicht mehr darüber nachdenken, worum geht es hier eigentlich bei der Wahl, sondern was unterhält mich am Ende mehr. Ist das vielleicht der Grund, warum es für Trump gerade so gut läuft? Ja, absolut. Er hatte ein extrem instinktives, psychologisches Gefühl dafür und auch ein Feedback-Austausch- Verhältnis mit seinen Zuhörern, Zuschauern, was zieht und wie er die Schwelle erhöhen muss. Das ist ja eigentlich immer schlimmer geworden jetzt in letzter Zeit. Und dann bei dieser unglaublichen Rallye im Madison Square Garden vor ein paar Tagen, da sagt er dann solche Dinge wie, oh, Mike Johnson, der Sprecher vom Kongress, and I, we have a little secret, a little secret. Also dieses, von wegen, Reality-Show, alles verkommt so zur Reality-Show und da gibt es ein, wie hieß das früher, bei Sendungen, da kommt noch was Spannendes um die Leute. Ja, der Cliffhanger. Was ist denn das Secret? Jetzt fragen Sie ja alle, was ist das Secret? Soll der Typ dann irgendwie, falls dann der Trump doch nicht gewinnt, die Wahl irgendwie nichtig erklären oder was ist das Secret? Das ist ja die große Frage, die sich gerade alle stellt. Weißt du es? Jetzt bin ich schon wieder drauf reingefallen auf den Cliffhanger von Trump. Genau. Aber du weißt es auch nicht, oder? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es die Wahlbeeinflussung oder Wahlsabotage ist, an die sie jetzt ja schon aktiv betreiben und dass sie nachher sagen, das war unsere Surprise und war das nicht toll? Wir haben das Ergebnis doch noch gedreht und einen Mechanismus gefunden, wie wir die Zertifizierung, ich denke, dass die das im Sinn haben. Sie haben nachfolgend versucht, das zu relativieren, haben gesagt, nein, Mike Johnson hat sich verquasselt und doch bei einem Hot Mike Moment zugegeben, dass die Krankenversicherung abgeschafft werden soll. Das haben sie dann vorgeschoben und noch irgendwas anderes völlig Banales, um davon abzulenken. Man fragt sich mittlerweile, ob er Saboteure hat in der eigenen Kampagne, weil im Moment wird es ganz besonders grotesk und ich glaube, dass auch jetzt bei dieser Rallye im Madison Square Garden viele Wählergruppen vor den Kopf gestoßen werden, nicht zuletzt auf Frauen. Ja, und Puerto Rico wahrscheinlich. Puerto Ricaner, genau. Was unterscheidet den Trump von 2016 vom Trump von 2020 und vor allem vom Trump von 2024? Was hat sich da geändert? Vieles hat sich nicht geändert und vieles auch, wovor ich 2015, 16 schon gewarnt habe, diese autokratischen Tendenzen, die immer da waren, die keiner sehen und glauben wollte. Und Peter Thiel hat dann diesen, der Tech-Titan, hat diesen genialen Spruch gesagt, oh, you can't take him literally, but only figuratively figuratively oder whatever. Damit konnten sie immer das gerade so drehen, wie es ihnen gepasst hat. Was sich verändert hat und was eigentlich auch unglaublich ist, ist seine geistige Acuity, also wie er geistig drauf ist, wo man bei beiden zu Recht so unglaublich drauf geschaut hat und jedes Wort auseinandergenommen hat. Und Trump, der jetzt Tiraden loslässt, die völlig unzusammenhängend, unlogisch, unwitzig sind, kein Aufsehen erregen. Das ist also, ja, unfassbar. Also er ist nicht mehr so fit, körperlich nicht so fit, merkt man auch an seiner Sprache ganz klar, wenn man Aufnahmen vergleicht. Seine Stimme hat sich verändert. Es gibt, er legt seine medizinischen Unterlagen auch nicht offen. Er möchte jetzt auch Background-Checks abschaffen für jegliche Regierungsämter, natürlich auch für das Präsidentschaftsamt, was auch unglaublich ist. Also es wird alles noch viel extremer. Das Project 2025, die Blaupause für die Regierung, eine weitere Administration von Trump könnte nicht extremer sein. Also im Grunde genommen, wenn Trump drankommt, steht uns die Abschaffung der Demokratie bevor. Das heißt, was sich verändert hat, jetzt könnte er executen. Vorher hatte er mehr nur so die Idee. Okay. Also du glaubst wirklich, dass ein Immobilientyp die amerikanische Republik schleift oder ganz abschafft. Und dass wir dann was haben? Dass wir in vier Jahren dann irgendwie nur noch so eine Quasi-Wahl haben, aber am Ende wird dann irgendein anderes Trump-Mitglied gewählt. Und dann ist es so, familienmäßig wird es dann von einem Mitglied zum nächsten oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ganz genau. Also es ist ja eigentlich grotesk, dass ein ehemaliger Reality-Star in diese Position kommt. Aber der erfolgreichste Podcaster der Welt, Joe Rogan, ist auch ein ehemaliger Reality-Star. Und die beiden hatten kürzlich eine Show, also zwei der einflussreichsten Männer der Welt. Joe Rogan hat mindestens elf Millionen Downloads pro Folge, hat eine riesen, riesen Gefolgschaft, insbesondere unter Männern. Und dass diese beiden Reality-Stars, das ist ja die ultimative Manifestation hier der amerikanischen Kultur, dass die so einen Einfluss haben, die eigentlich von Politik keine Ahnung haben. Okay, und wenn Donald Trump nochmal drankommt, also wie gesagt, er hat ja schon alles angekündigt, was er machen will. Er hat gesagt, ich will Diktator für einen Tag sein, ich will die Verfassung außer Kraft setzen. Artikel 2, die Verfassung gibt mir unbegrenzt, I have unlimited power. Ich habe unbegrenzte Macht. Er macht keinen Hehl daraus. Er sagt alles, was er vorhat. Das Project 2025 ist eine exakte Blaupause-Strategie. Er hat die Leute schon, he lined them up, er hat dann sozusagen LinkedIn für Konservative geschaffen über dieses Project 2025, um Loyalisten zu sammeln. Er will den ganzen Beamtenapparat entkernen, nur noch Loyalisten rein. Und wer denkt, das ist übertrieben, der hat in seiner letzten Administration den Hochzeitsplaner, der Hochzeitsplanerin seines Sohnen Eriks, eine hochrangige Regierungsposition gegeben. Ein Lkw-Fahrer, der seinen Wahlkampf unterstützt hat, wo man eigentlich einen Uniabschluss für brauchte. Oder sein Poolboy, der vorher nur Handtücher verteilt hat, der hat auch ein Amt bekommen. Und das habe ich in meinem Buch, ich habe alles recherchiert aus veritablen Quellen. Das stimmt tatsächlich. Und es ist ja auch im Sinne eines Autokraten, solche Positionen entweder nicht zu besetzen, damit man durchreagieren kann, oder mit Ignoranten zu besetzen, damit die alles annehmen und die für einen Ausführungsorgane Werkzeuge sind. Aber was heißt das denn jetzt für uns? Jetzt klingt das ja nach einem sehr düsteren Bild und das klingt fast so, als ob jetzt Amerika auch den Moment, so einen dunklen Geschichtsmoment erleben könnte, so wie wir ihn in Deutschland auch mal hatten. Was heißt denn das dann? Dass wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen können? Dass wir sagen müssen, wir sind auf uns selbst gestellt und die NATO können wir knicken, zumindest die amerikanische, dass Amerika nach dahinter steht? Oder was glaubst du? Ich möchte zunächst mal vorweg schicken, dass mein Gefühl ist, man kann es nicht seriös zum jetzigen Zeitpunkt vorhersagen, mein Gefühl ist, dass Harris gewinnen wird, wenn auch knapp. Wenn ich die negativen Folgen aufzeige, dann heißt das natürlich nicht, dass das so passieren muss. Aber die Tatsache, dass das Risiko dafür besteht, dass unsere Verfassung so löchrig ist im Grunde genommen und so veraltet, dass sie diese Schwachstellen überhaupt bietet, das ist ja unglaublich. Und wenn vor allen Dingen auch Deutsche sich gerne auf Checks and Balances beziehen, dann sage ich immer, die sind nur so stark wie die Menschen, die dahinter stehen. Das sind keine Automatismen, die technisch irgendwie perfekt funktionieren. Das heißt, wenn Schaltstellen mit Loyalisten besetzt sind, dann lässt sich alles durchsetzen. Das sehen wir ja in anderen Regimes. Was bedeutet das für Deutschland? Das bedeutet im besten Fall, dass Deutschland sich nicht mehr auf die USA verlassen können und einen Partner haben, der die schützende Hand über sie hält, mit dem man Allianzen eingeht. Und das bedeutet im schlimmsten Fall, dass die USA zu einer eher feindlichen Macht mutieren könnten. Wenn nämlich Donald Trump einen Pakt schließt mit anderen Autokraten wie Putin, mit dem er ja regelmäßig telefoniert, genau wie Elon Musk, was das Wall Street Journal offengelegt hat, dann sind die Konsequenzen für Deutschland, für Europa unabsehbar. Und das ist noch ein weiteres Argument dafür, dass Europa unbedingt näher zusammenrücken muss und zusammenhalten muss, weil die Autokraten wie Trump und Putin, die haben es ja nur darauf abgesehen, Europa zu zerstören, damit das auseinanderfällt. Dann kann man viel leichter gegen die kleineren Länder vorgehen und die ausbeuten. Ja, zumal Deutschland natürlich gerade in einer Situation ist, anders als noch vor acht Jahren, wo wir eigentlich aus einer Position der Schwäche heraus handeln. Also wenn man sich hier die Wirtschaftsdaten anguckt, wenn man sich hier unsere Autoindustrie anguckt, diese Woche ging es ja wirklich nochmal hoch her, vor allem in Wolfsburg, dann stellt man sich schon die Frage, wie soll Deutschland eigentlich sich jetzt in dieser Situation verhalten? Weil wir haben ja eigentlich keine Partner mehr. Du hast es ja gerade gesagt, also Russland wollen wir nicht, die USA hätten wir nicht mehr, China auch nicht. China ist vor allem auch in Afrika schon unterwegs. An wen können wir uns eigentlich noch halten? An Europa selbst. Und ob man Russland nicht will, das ist ja auch gar nicht so klar. Wir sehen jetzt die Veränderung an der Spitze der SPD, die ja wieder erstaunlich Putin-freundlich geworden ist, die sozusagen Gerhard Schröder rehabilitiert. Und mal ganz abgesehen davon, dass er bezahltes Werkzeug von einem feindlichen Regierungschef ist, die Tatsache alleine und ich habe Verwandtschaft in Borkum und die haben schon vor zwei Jahrzehnten erzählt, wie die beiden da höchst vertraut am Strand entlanggewandelt sind im Urlaub. Die Tatsache, dass Schröder der Zugang zu den sensibelsten Geheimnissen, wie sagt man, vertraulichsten Informationen über Deutschland, die deutsche Regierung hat, über Nachrichtendienste, dass er so eng mit einem Putin verbandelt sein kann, dass er dafür bezahlt wird. Das ist im Grunde genommen ein Phänomen, was wir auch hier sehen, das ist so offen, so dreist, in your face, dass man praktisch paralysiert ist, dass man nichts dagegen macht. Also das finde ich schon mal äußerst erstaunlich. Und in welche Richtung dann Deutschland letztendlich geht, mit einer Ein-Mann-Show wie Sarah Wagenknecht. Es ist auch schon ein ähnliches Trump-Phänomen, das hat auch schon leicht sektenähnliche Züge. Das bleibt auch abzuwarten. Das klingt jetzt alles sehr düster. Jetzt komme ich mal auf uns Anleger zu sprechen. Jetzt haben wir alle ein MSCI-Welt in unserem Portfolio. Da ist 71 Prozent Amerika drin. Und da fragen sich viele, kann ich mich denn da auf die Dominanz Amerikas verlassen? Und der Trump gilt doch wenigstens als derjenige, der die Steuern niedrig hält und der irgendwie die Wirtschaft irgendwie gut kann. oder würdest du sagen, da droht auch noch Ungemach? Das ist eine sehr komplexe Frage. Unter Donald Trump sind so viele Faktoren, von denen wir nicht genau wissen, wie sie ausgehen werden. Zum Beispiel die de facto Übernahme der Federal Reserve. Er hat ja gesagt, er möchte die Unabhängigkeit beschneiden. Er möchte selbst Geldpolitik machen, weil er als erfahrener Unternehmer wisse es besser als die Zentralbänker. Wenn man sich seine Unternehmen anschaut, die fast alle pleite gegangen sind und bei denen die Anleger oder jedenfalls Kreditgeber Riesenverluste gemacht haben, ist das kein vielversprechendes Szenario. Darüber hinaus hat Donald Trump auch mindestens zweimal gesagt, warum zahlen wir überhaupt unseren Gläubigern die Schulden zurück? Die Welt hat uns nur ausgenutzt. Die haben alle auf unsere Kosten gelebt. Dann sollen die Anleger doch Abschläge in Kauf nehmen. Was das heißt für das globale Finanzsystem, was auf den USA basiert sozusagen, das brauche ich ja gar nicht groß zu erklären. Sämtliche Finanzinstrumente, Verträge basieren auf einem AAA-Rating der USA, was sie dann natürlich verlieren würden, wenn Zahlungsausfall passieren würde. Der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, man kann schlecht vorher sagen, was passiert, es gibt mindestens potenziell zwei disziplinierende Einflüsse. Das ist einmal der Markt selbst, dass dann so viel Dramatisches passiert, das hatten wir ja schon mal in Amerika in der großen Finanzkrise von 2008, dass das die Politiker dann doch wieder zur Vernunft bringt. Und zweitens, die Berater, die jetzt um sich geschart hat, nämlich die Milliardäre wie Howard Lutnik und Steve Schwarzman und CEOs, die auf seiner guten Seite sind, dass die ihn dann zur Vernunft bringen würden. Aber auch solche Dinge, dass die, und übrigens, die Republikaner Teile davon sind für eine Abschaffung der Federal Reserve. Okay, die sagen, es steht auch im Project 2025. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massey hat einen Gesetzesentwurf eingebracht zur Abschaffung der Federal Reserve. Was bedeutet das für die Weltfinanzanlagen? Der Grund, also im Grunde genommen war ja, dass die USA das Rückgrat der gesamten Finanzwelt nach dem Krieg. Sie haben die Institutionen etabliert, wie Handelsorganisation, IWF, Weltbank und nicht zuletzt auch die NATO. All diese Institutionen, die haben eine stützende Kraft gehabt. Wir sehen, dass sie in den letzten Jahren schon nachgelassen hat. Nicht umsonst größere geopolitische Risiken, die auch da bestehen. Und ich glaube, das hätte eine extreme destabilisierende Wirkung, die volatil wäre. Jetzt kann man natürlich argumentieren, langfristig, die Märkte sind immer bergauf gegangen. Die USA haben sich immer wieder wiederholt. Aber ich glaube, das ist kein Naturgesetz. Ich glaube, wenn wir auch hier eine Autokratie sehen, eine Oligarchenwirtschaft, eine Vorzugswirtschaft, keine Rechtssicherheit mehr, dann hat das eine destabilisierende Wirkung. Du glaubst wirklich, dass wir dann diese klassischen Eigentumsrechte, die ja auch mit einer Aktie einhergehen und solche Sachen, dass wir dann so eine Art wie in China anlegen, dass wir denken so, ach, wenn es der Autokrat nicht mag, dann wird halt was anderes draus gemacht. Dass wir so unsere amerikanischen Assets dann angucken müssen? Ich sage, das ist ein Risiko. Ich sage nicht, dass das so kommen wird. Wie hoch das Risiko ist, kann ich nicht seriös beziffern. Wenn man sagt, 33 Prozent, ist das immer ein Safe Bet. Aber zum Beispiel China ist ein ganz guter Vergleich, was nach außen immer noch so integer aussieht. Aber zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob wir uns noch auf Regierungszahlen, die veröffentlicht werden, verlassen können. Wir haben bereits ein Covid gesehen. Unter Trump wurden Covid-Zahlen geschönt, wurden Informationen von der Webseite ganz weggenommen vom CDC. Also auf Informationen kann man sich nicht mehr verlassen. Wir haben gesehen, dass Donald Trump Unternehmen schlecht gemacht hat. Er hat zu einem Boykott von Apple aufgerufen. Das heißt, man muss sich entweder, man schmeißt sich an Donald Trump ran. Oder wir haben es jetzt gesehen zum Beispiel bei Jeff Bezos. Das müsste euch ja auch übel aufgestoßen haben. Wir sind Journalisten. Washington Post, ihr erinnert uns. Haben 10 Prozent der Abonnenten verloren. Das ist natürlich small change. Das hat er nicht gemacht wegen der Washington Post. Das hat er gemacht wegen seiner anderen Unternehmen wie Amazon und vor allen Dingen des Cloud-Unternehmens und Blue Origin, seiner Raumfahrtfirma. Er hat schon einmal einen 10-Milliarden-Auftrag verloren, weil Donald Trump ihm nicht wohl gesonnen war. Und das kam vor allen Dingen wegen der Washington Post, die kritisch über ihn berichtet hat. Und wenn Elon Musk tatsächlich Co-Präsident würde, dann wäre er der Hauptkonkurrent von Jeff Bezos, würde in der Regierung sitzen und könnte ihn sozusagen komplett ausboten. Ich glaube, dieser vorauseilende Gehorsam von Unternehmenschefs. Wir haben es auch bei Jamie Dimon gesehen. Ihr habt es in Davos mitbekommen. Da hat er sich auf einmal auch positiv über Donald Trump und dessen Wähler geäußert. Da merkt man, die versuchen sich schon abzusichern. Das ist ein fatales Signal. Das legitimiert das auch für alle anderen im Business. Und das ist ein Wegbereiter, ich muss leider so sagen, in den Faschismus. Jetzt müssen wir, finde ich, aber auch mal über Kamala Harris sprechen, weil das Ganze hat ja auch eine Kehrseite. Also mal angenommen, sie gewinnt. Dann kommt auch da ja was auf Anleger zu möglicherweise. Also es gibt ja Berichte darüber, dass sie vielleicht vor staatlichen Eingriffen zur Förderung von Zukunftstechnologien zum Beispiel, dass sie da nicht zurückschrecken würde. Oder dass sie auch größere Unternehmen stärker regulieren könnte. Was würdest du denn von einer Präsidentin Kamala Harris erwarten in dem Bereich? Ja, sie ist, um das vorweg zu schicken, nicht meine Idealkandidatin. Aber ich glaube, das, was man am ehesten erwarten darf, ist Kontinuität. Die Biden-Politik hat ja hier zu einem sozusagen Wirtschaftswunder geführt. Die herrschende Meinung unter Ökonomen war, es ist nicht möglich, die Zinsen heraufzusetzen, ohne die Arbeitslosigkeit zu erhöhen. Okay, eben auch wie ein Naturgesetz, geht nicht. Und jetzt sehen wir, geht doch. Und die amerikanischen... Na gut, wenn ich so viele Schulden mache und irgendwie der Staat so viel Staatskonsum hat, dann lasse ich das auch aufrechterhalten in Wirtschaftswachstum. Das ist jetzt keine Kunst. Also wenn du mir sagst, ich mache 6% des Bruttoinlandsprodukts Schulden, dann kriege ich da auch 3% Wachstum raus. Also das ist jetzt, würde ich sagen, wenn du das Wirtschaftswunder nennst, würde ich sagen, das ist reine Mathematik. Jetzt nichts gegen den Biden und seine Wirtschaftspolitik, aber so wunderhaft finde ich das nicht, wenn du halt einfach so Schulden in die Welt pustest. Fair point. Allerdings muss man dazu auch sagen, wir kamen aus einer Pandemie, das war ein Ausnahmezustand. Und die anderen Regierungen, wir sehen ja einen Rekordschuldenstand weltweit, haben auch viele Schulden aufgenommen und haben sich nicht so gut erholt. Und da kommt eben dieses Gesetzeswerk von Biden mit dem Inflation Reduction Act oder Chips and Science Act und viele andere mit ins Spiel. Wenn man sich die genau anschaut, die sind alle sehr gut koordiniert, die ergänzen sich, die sorgen für die Zukunftsfähigkeit. Kostet das jetzt vorab Geld? Ja. Ist das ideal? Nein. Nein, aber die Demokraten sind die Partei der Inhalte, die manchmal Dinge auch überdenken und zu kompliziert machen. Aber historisch gesehen waren sie immer diejenigen, die die bessere Wirtschaftsperformance hatten und die die Verschuldung zurückgefahren haben. Also ich glaube, dass sie noch die erste Chance hat, die erste Chance hat, die Verschuldung dann auch in den Griff zu bekommen. Und das alles vor dem Hintergrund natürlich, dass die USA die Wirtschaftsmacht haben, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu sein, den Dollar haben, das exorbitante Privileg und in eigener Währung drucken können. Das heißt, von allen verschuldeten Staaten können die USA sich wahrscheinlich am besten noch halten. Wann käme mal ein Kipppunkt, weiß man nicht. Hat das Congressional Budget Office mal versucht zu berechnen, ab wann hört die Schuldentragfähigkeit auf. Es gibt keinen Präzedenzfall. Sie haben gesagt, das können wir nicht vorhersagen. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Also da wäre ich jetzt noch weniger pessimistisch. Und was wäre denn das beste Szenario für die Börsen? Sagen ja viele Kamala Harris als Präsidentin und dann der Kongress in republikanischer Hand. Dann könnte Kamala Harris die Steuererhöhung nicht durchbekommen und wir hätten keinen Trump, der irgendwelchen Blödsinn macht und auch keine Zölle erheben kann. Wäre das so ein Liebling? Das wäre so eine Art Gridlock, den die dann veranstalten. Aber dann würde man sagen, eigentlich Status Quo. Wäre das das beste Szenario? Und wenn das käme, würde die Börse am positivsten drauf reagieren? Genau, das ist das Szenario, worauf die Wall Street hofft. Sie sind gegen Donald Trump. Also für alle, die dieses Narrativ, was die Republikaner immer schon sehr erfolgreich zementiert haben, dass die Republikaner die Partei der Wirtschaft sind, wer das glaubt, der kann auch mal sich anschauen, wen die Wall Street-Bosse oder die Konzernbosse unterstützen. Bis vor kurzem, ich habe nicht den allerneuesten Stand, aber hat kein CEO der Fortune 400-Unternehmen Trump unterstützt. Warum wohl? Doch, Steve Swartzman hast du doch erzählt. Der ist doch, ist er nicht Fortune 400? Der mit Blackstone ist nicht so klein. Die müssen relativ groß sein. Der gehört nicht zu Fortune 400. Echt nicht? Ist er nicht, ist er nicht gewachsen? Ich meine, die Aktie läuft doch wie blöd. Aber gut, dann ist der nicht. Können wir ja nachfolgend nochmal prüfen. Aber meines ist es nicht. Aber da müsste doch wenigstens der Elon Musk, ist der nicht Fortune 400 oder so? Müsste doch sein. Auch nicht? Ich habe gesagt, das war nicht mein aller, ich bin nicht auf dem allerletzten Stand, das können wir ja nachfolgend nochmal prüfen und reinschreiben. Aber jedenfalls Tatsache ist die überwiegende Zahl. Auf der anderen Seite, so ganz scharf auf Harris sind viele auch nicht unbedingt. Aber J.B. Diamond zum Beispiel, der Chef von J.P. Morgan, unterstützt sie, aber das auch nur heimlich. Was auch, ich glaube, das hat die New York Times offengelegt, weil er sich auch nicht traut, das offen zu sagen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, die Mehrzahl der Unternehmenschefs hofft so ein bisschen auf den Gridlock, dass alles so bleibt, wie es ist und kein extremes Szenario sich durchsetzt. Und das wäre dann auch dein Lieblingsszenario. Was heißt das jetzt für einzelne Sachen, Krypto beispielsweise? Trump hat ja gesagt, ich bin der Bitcoin-Präsident, ich will eine Reserve in Bitcoin machen, ich will das machen. Wenn Harris rankäme, müssten wir jetzt alle, die Bitcoin haben, Angst haben, dass das irgendwie wieder einstürzt? Oder würden dann alle sagen, Och, die macht ja auch weiter Schulden und dann wird der Dollar ausgehöhlt so ein bisschen, die Inflation wird wahrscheinlich auch etwas höher bleiben, Gold wird auch laufen, dann wird auch Bitcoin laufen. Oder wie würdest du das einschätzen? Es ist ein Mythos zu sagen, dass Harris Anti-Krypto ist. Sie möchte das regulieren und das ist auch notwendig. Wir haben in kaum einem anderen Bereich mehr Betrug gesehen als in Krypto. Das heißt, ein gewisser Verbraucherschutz ist angezeigt. Und man muss auch sagen, hier die institutionellen Investoren wie BlackRock und die großen Banken, die möchten gerne etwas Regulierung haben zur eigenen Absicherung. Da kann man mit dem Infrastruktur, die da rum ist, kann man Geld machen. Und dann können sie auch, wenn es eine Anlageklasse anerkannte würde, dann könnten sie nämlich auch tatsächlich Geld von institutionellen Investoren bekommen, die das erlauben in ihren Anlagerichtlinien. Das heißt, die wollen eigentlich, da sind sie eher auf Harris' Seite, vor allen Dingen auch, weil sie Angst haben, dass Trump den Ruf von Krypto in den Dreck zieht, weil er selbst investiert ist, weil er eine Firma hat und seine Söhne da drin sind und Elon Musk und diese ganzen Geschichten. Das ist alles total undurchsichtig und in die eigene Tasche läuft. Also hier die Anleger an der Wall Street sind da durchaus Harris aufgeschlossen. Aber es hat doch bei Biden überhaupt nicht funktioniert. Da gab es ja Gary Gensler, der hat ja einfach nichts gemacht. Der hat einfach gesagt, ich will da mich nicht drum kümmern und dann musste er gerichtlich angewiesen werden, dass sie sich dazu äußern. Also da war ja eher so eine Situation, wo man irgendwie Krypto abgelehnt hat und aber auch keine nicht gesagt hat. Der Coinbase-Chef ist ja immer rumgelaufen und gesagt, ich würde gerne mal wissen, was ich machen soll. Und das hat ihm niemand gesagt. Glaubst du, das wäre dann bei Harris anders oder wäre das nicht dann genauso und ist das nicht auch wieder ein Risiko für diese Sache? Ich glaube, bei den Politikern hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Krypto da ist, um zu bleiben. Und man kann es nicht weg argumentieren, man soll es nicht vernachlässigen, dass es angezeigt ist und auch gut ist, wenn da solide ein Minimum an Regulierung kommt. Also ich glaube schon, dass sie sich da mehr bewegen wird. Auch muss man sagen, dadurch, dass Donald Trump das so zu einem Thema gemacht hat, der hat es ja vorher total abgetan, aber als er selber daraus Profit schlagen konnte potenziell, da war er auf einmal total dafür. Und das hat sie natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, sich da zu öffnen. Und weil die Politiker eben wissen, Krypto ist da und zu bleiben, realisieren sie, dass sie sich da bewegen müssen. Und das würde ich jetzt auch bei Harris erwarten. Sie kommt aus dem Silicon Valley, sie ist tech-affin, sie hat da gute Beziehungen, sie hat da auch das Know-how dafür. Wir machen ja hier ja keine Anlageberatung, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass Trump gewinnt oder dass Harris gewinnt, je nachdem, was sind denn da so Werte, wo du sagst, die sollte man sich mal als Idee anschauen, wenn man sagt, man möchte da jetzt ein bisschen drauf gambeln. Also was wären so typische Trump-Trades für dich und dann was wären so typische Harris-Trades? Also definitiv Gefängnisaktien. Die haben schon beim letzten Mal, haben die Besonderspieler viel an Donald Trump gespendet und sind dann auch direkt hochgegangen nach dessen Wahl. Und er will ja bis zu 18 Millionen illegale Migranten und zum Teil auch Legale, die bestimmte Visa haben, über Nacht abtransportieren. Das geht natürlich nicht, das ist extrem teuer. Die kommen dann erstmal in Lager, auch wenn es vielleicht nicht so viele sind, aber nach und nach, also alles, was mit solchen Lagern zu tun hat. Und dann natürlich Rüstung, da ist er auch sehr, es ist auch ein Mythos, wenn gesagt wird, oh Donald Trump ist so friedliebend. Im Nachhinein zu seiner Amtszeit hat sich herausgestellt, dass er ganz oft davor war, Länder anzugreifen. Das hat General Mattis hat eine Zeit lang nur in seinen Sportklamotten geschlafen, weil er Angst hatte, dass Donald Trump einen Atomkrieg auf Nordkorea loslässt und so weiter. Ich könnte da mehrere Beispiele nennen. Also Rüstung, dann der Finanzsektor wegen Deregulierung, fossile Energien, Kernenergie, ja und dann alle die klassischen, alles was davon profitiert, dass Umweltschutzregulierungen zurückgefahren werden. Und alles das, was, genau, Fracking und gucken, wovon würde Trump profitieren, das sind dann im Zweifel auch die Branchen, die davon profitieren. Ich schiele gerade rüber zu Holger, ob er zufällig eine Gefängnisaktie im Betrieb hat. Ich habe ja die Trump-Trades, wir haben ja mal Geschichten dazu gemacht mit Trump-Trades, die kann man mal raussuchen und dann kann ich hier mal schauen, was haben wir hier, was gibt es hier, CoreCivic wäre eine, das wäre eine klassische Trump-Aktie. Ich glaube, CoreCivic ist so eine Gefängnisaktie, richtig? Ja, ich meine, die habe ich auch im Buch zitiert. Okay, dann. Und man muss ja auch sehen, es gibt einen gewissen Anreiz, solche Lager zu schaffen, die natürlich mit Recht total kritisiert werden, weil zum Beispiel auch in Gefängnissen kann man sozusagen, ich sage es jetzt mal provokativ, die Sklaverei durch die Hintertür wieder einführen, weil da kann man Menschen, die ja hier zum Teil auch wegen Kleinstdelikten für lange Zeit verurteilt worden sind, zum Beispiel Haschischbesitz und sowas, kann man die für unter einem Dollar pro Tag beschäftigen. Also die müssen Arbeiten verrichten. Das wäre natürlich auch zum Vorteil von gewissen Unternehmen. Also das wäre sicherlich ein Anreiz, dass das tatsächlich kommt. Wolltest du noch aus der Liste zitieren heute? Ich gucke gerade, ich habe noch Exxon Enterprise mit A vorne. Kennst du die? Könnte ich jetzt inhaltlich wählen. Exxon Enterprise, die wurde ja auch immer genannt als nationale Sicherheit, also auch so eine Art Gefängnis-Ding. Dann gibt es natürlich, klar, so Mauerbau-Aktien, die gewinnen könnten. Vulcan Materials oder was wurde dann genannt? Acom als Aktie. Du hast ja schon ein paar genannt. Infrastrukturen auch. Infrastruktur, weil er ist der Baubranche aufgeschlossen. Wenn man jetzt die Risiken oder die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit macht, muss man aber auch sehen, dass Donald Trump zum Beispiel, er hat ja so laute Töne gespuckt im Hinblick auf die Mauer, die gebaut werden sollte, da ist kaum was passiert. Er hat so viel von Infrastruktur gesprochen, da ist kaum was passiert. Unter beiden ging das auf einmal. Der hat ganz viele offensichtliche Infrastrukturen. Also das muss man, da ist Donald Trump mit Vorsicht zu genießen. Dann kommen wir zu den Harris-Trades. Da habe ich auch mal hier meine Tabelle aufgemacht. Da gab es relativ viel so grüne Sachen. Die sind ja zuletzt auch nicht so gut gelaufen. Beziehungsweise man könnte natürlich sagen, die Trump-Trades sind ja alle schon in den letzten Wochen gut gelaufen, weil ja die Wettmärkte alle schon den Trump-Sieg machen. Und wenn er dann nicht gewinnt, dann müsste da eigentlich ja wieder eine gewisse Gegenbewegung einsetzen. Genau, alles was mit grüner Energie zu tun hat, mit der Infrastruktur, die man dafür braucht, Ladestationen und Ähnliches. Das Gesundheitssystem würde sie sicherlich stärken, weil das auch das Rückgrat der Wirtschaft ist. Das würde profitieren, was noch? Wohnungsbau, der subventioniert werden soll von ihr. Das ist zwar, das ist ein Punkt, der in ihrem Programm, da sollten irgendwie First-Time-Homebuyers 25.000 Dollar bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, aber sicherlich ist es auch notwendig, den Immobilienmarkt hier anzuschieben, weil es gibt nicht genug Häuser und es gibt vor allen Dingen auch nicht genug Mietwohnungen hier in den USA. Also das wäre sicherlich ein vielversprechender Trade. Und dann gibt es noch Kinderbetreuung, Bright Horizon Family Solutions. Was auch immer die Aktien ist. Es gibt ja in Amerika so viele Aktien, von denen man in Deutschland nie gehört hat. Das finde ich immer das Faszinierende, dass da ganz viele, auch kleinere Aktien sind, wo man in Deutschland, die wahrscheinlich in Deutschland noch in privater Hand oder Familienunternehmen wären. Und das ist immer wieder ganz interessant, was es da alles gibt. Ja, jetzt haben wir ja deine Trump- und deine Harris-Trades gehört. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen hören, wie baust du denn dein oder wie legst du denn eigentlich an? Wie baust du denn dein Portfolio? ETFs. Ich bin also Aktien investiert hauptsächlich über meinen, wie heißt das, Rechtsanwaltversorgungsfonds. Und dann ansonsten in ETFs und dann habe ich hier auch noch so einen Altersversorgungsfonds. Also ich bin keine aktive Investor, vor allen Dingen nicht in Einzelwerte. Super, dann hast du ja schon gelernt, dass es schwierig ist, mit Einzelwerten was zu machen. Und wenn du jetzt einfach mal so eine Allokation deiner Anlagen anguckst, das sagt ja auch immer viel über das Weltbild desjenigen oder derjenigen aus. Was ist denn da deine Allokation? Also Bargeld, Immobilien. Nee, auch welche Regionen noch dazu. Und wo. Und klar, du kannst natürlich auch noch sagen, wenn du 50 Prozent in Cash hast, das würde auch viel über dich aussagen. Da ich ja deutsch bin, würde ich sagen, habe ich einen großen Teil immer Cash. Und vor allen Dingen bin ich große Belieferin in Immobilien. Da halte ich sehr viel von, auch wenn es zwischenzeitlich Wertschwankungen gibt und so. Aber ich denke, das ist wirklich noch ein solider Wertspeicher. Ich weiß, mit Deutschland, mit den Heizungsgesetzen und bla bla bla. Alles Risiken, die es gibt. Aber grundsätzlich bin ich sehr immobilienaffin. Du hast in Deutschland Immobilien? In Mönchengladbach vielleicht am Bahnhof? Nein, mein Schatz. In Deutschland hast du keine Immobilien, oder? Über meine Vermögensverhältnisse im Einzelnen gebe ich keine Auskunft. Okay, ich dachte vielleicht, schade. Das wäre interessant gewesen, ob du als Amerikanerin mit dem Wohnungsmarkt, den du da kennst, in Deutschland, mit dem Wohnungsmarkt und den Mietgesetzen eine Immobilie kaufen würdest. Fragen wir mal so, würdest du das machen? Egal, was du gemacht hast. Weil es sind ganz unterschiedliche Regulierungsgeschichten auch. In Deutschland würde ich das machen. In Amerika ist Vorsicht geboten. Weil es ist hier auch nicht so einfach, wie das immer dargestellt wird. Du kannst auch hier in den meisten Staaten nicht Mieter einfach vor die Tür setzen, wenn die die Miete nicht bezahlen. Auch rechnerisch finde ich das relativ kompliziert. Hier in New York spielen viele Gegebenheiten mit rein. Also Maintenance-Kost zum Beispiel. Für meine Wohnung sind die Nebenkosten ganz anders geregelt. Ich wohne in einem Dormen-Building und ich habe eine Summe, die ich im Monat zahlen muss. Ich muss aber nicht einzeln bezahlen für Wasser, für Heizung. Strom muss ich bezahlen. Das im Sommer insbesondere macht sich das wegen der Klimaanlage bemerkbar. Aber deswegen, da würde ich tatsächlich in Fonds gehen oder jedenfalls gemanagte Immobilien. Da würde ich, ich wäre hier, das haben ja auch viele gemacht mit Airbnb. Ach, wir kaufen was in Florida und vermieten das. Also da ist große Vorsicht geboten. Jetzt haben wir natürlich eine Frage, weil du ja auch Elon Musk ganz viel angesprochen hast. Wollen viele wissen, was ist mit Tesla? Und die Frage müssen wir zum Schluss noch stellen. Was glaubst du, würdest du die Aktie, jetzt sagst du, du machst keine Einzelaktien, verstanden. Aber so vom Gefühl derjenigen, die jetzt schon da näher dran ist, die Freunde hat und die vielleicht auch mit Freunden drüber redet und sagt so, was machen wir hier mit Tesla? Und die sagen vielleicht die Freunde, ich habe meinen Tesla verkauft, weil ich mit Elon Musk nicht mehr irgendwie übereinstimme. Oder die machen Aufkleber drauf gekauft, bevor Elon Musk Donald Trump endorsed hat. Was machen wir mit diesem Unternehmen und mit diesem Mann? Disclaimer, ich bin hier, meine Altersversicherung ist ein Teil in dem ARC-Fonds, der ja in Tesla ist. Und wenn ich gewusst hätte am Anfang, da habe ich mir so ein bisschen überreden lassen, Also wenn ich gewusst hätte, dass Kathy Woods ihre Anlagestrategie mit ihrem guten Draht zu Gott begründet, dann wäre mir das, und dann natürlich, dass sie pro Trump ist, dann wäre mir das ein Warnzeichen gewesen. Naja, also so viel dazu. Deswegen bin ich schon mal, naja, Tesla ist extrem komplex. Also das sollte wirklich ein Einzelanalyst machen, der das alles ganz genau unter die Lupe nimmt. Natürlich sind da sehr vielversprechende Teile dabei. Oder wo Tesla sehr weit ist im Unternehmen. Das sind Batterien oder die Datensammlungen und so. Diese Dinge. Aber wenn er zum Beispiel mit überraschend guten Zahlen auf einmal um die Ecke biegt. Bei Elon Musk finde ich es immer Vorsicht geboten. Und dass man genau hinguckt und das im Zweifel, ich habe es mir nicht so genau angeguckt, aber ich habe da immer eine große Skepsis. Und er hatte am Anfang natürlich den Attackers Advantage, dass er der Erste mit war. Jetzt kommt viel Konkurrenz aus China nach. Okay, da spielen dann wieder Zölle und Handelsbarrieren eine Rolle. Aber ich, ja, skeptisch würde ich das sehen. Und wenn er natürlich in die Regierung kommt und die Allmacht besitzt, dann ist es natürlich eine andere Story. Stimmt, dann kann er ja auch, viele sagen ja, dann müsste er seine Aktien verkaufen, was schlecht wäre. Aber wenn du sagst, er könnte auch irgendwie die gesamte Regierungsflotte mit Teslas ausstatten, dann wäre das natürlich auch nochmal was Positives. Oder die Regulierung oder einfach denen schon mal das Platz geben, um mal losfahren zu können mit dem Selbstfahrmechanismus. Wobei, das ist wahrscheinlich eine Ländersache, oder? Oder könnte das auch Washington machen? Ich habe jetzt schon am Anfang schon eingehackt, mich gedanklich, als du gesagt hast, die Präsidenten müssen ihre Aktien verkaufen. Erstmal beim letzten Mal. Es gibt ja so ein Gesetz, es gibt ja so ein Gesetz, es gibt ja ein Gesetz, wo du, wenn du gewisse Interessenkonflikte hast, musst du die halt vorher lösen und musst dann die Sachen, die du da hast, verkaufen. Das war doch, wie hieß der Goldman Sachsmann, der mal Finanzminister geworden ist, der dann auch dieses Buch geschrieben hat zur Finanzkrise. Der musste dann auch seine, genau, der musste auch seine Goldman-Aktien verkaufen. Und so könnte es ja auch sein, wenn Elon Musk ist, beziehungsweise wahrscheinlich würde der Trump dann sagen, dann machen wir das Gesetz neu und dann kann er die auch behalten. Ich weiß es nicht. Genau, also darauf, dass Elon seine Aktien verkaufen muss, da würde ich jetzt erstmal eher weniger von ausgehen. Donald Trump hat beim letzten Mal schon erst sich geweigert, seine Vermögenswerte abzugeben und hat die dann so ganz komisch an seine Söhne weitergegeben. Also im Grunde genommen war er noch genauso drin. Und wir sehen hier, das ist übrigens auch schon eine Korruption der gesamten Struktur hier in Amerika, dass zum Beispiel sogar die Supreme Court-Richter, also die neun nicht demokratisch legitimierten, mächtigsten Menschen in Amerika, dass die, hat sich jetzt rausgestellt nach und nach, dass die in Millionenhöhe zum Teil Geschenke entgegengenommen haben. Ja, vor allen Dingen Clarence Thomas, kann man alles nachlesen. Also diese Interessenkonflikte, ich glaube, die sind so in your face hier, so dieses R-System, wie es das mal gab. Und das sage ich übrigens über die Republikaner. Das ist ihre Superpower, dass die überhaupt kein Schamgefühl haben und alles, jedes Tabu reißen. Und also die Elon Musk würde irgendeine Beraterkonstruktion machen, dass er die dann irgendwie, dass er trotzdem noch den Einfluss und das Benefit hat. Noch eine Frage zum Schluss, wie du mit deinen Freunden, wenn du mit deinen Freunden zusammensitzt und über Politik redet, jetzt hast du ja eine sehr dezidierte Meinung und hast ja schon Donald Trump als Faschist genannt. Da würde wahrscheinlich der ein oder andere in Amerika zusammenzucken. Selbst der New Yorker Bürgermeister hat ja gesagt, nee, nee, ganz so schlimm wäre es dann doch nicht. Wie ist denn das jetzt bei deinen Freunden oder bei Bekannten? Hast du jetzt nur noch welche, die das ähnlich sehen? Oder kannst du mit denen dann offen reden? Oder kommt der dich in die Haare? Oder wie funktioniert das? Zum New Yorker Bürgermeister, das hat er auch nur deswegen gesagt, weil er mit einem Bein im Knast sitzt und auch total kompromittiert ist. Hier an der Wall Street, also unter Freunden, ich habe natürlich überwiegend demokratische Freunde. Ich habe auch einige republikanische, aber diese republikanischen Freunde entweder wählen gar nicht oder wählen Harris. Und die Republikaner, von denen ich da, also offen zu sagen, dass sie Trump wählen, das macht hier eigentlich, mir würde auf Anhieb keine einfallen, der, außer Steve Schwarzman zum Beispiel, was mich auch menschlich enttäuscht hat, der hatte sich eigentlich nach der Kapitolerstürmung distanziert von Trump. Okay, aber ansonsten im Beruflichen an der Wall Street, im Zweifel ist das Gegenüber wahrscheinlich demokratisch, aber man tastet sich so ganz vorsichtig vor und es hat sich eine gewisse Signalsprache entwickelt, mit der man dann sofort sich signalisiert. Und wenn man denkt, oh, man könnte auf verschiedenen Seiten sein, dann lässt man das Thema sofort fallen. Und wenn man merkt, man ist auf der gleiche, on the same page, dann gibt es sofort Erleichterung. Und dann, ja, dann lässt man sich darüber aus, über dieses Thema. Das ist hier schon auch extrem stark mit Emotionen besetzt. Und ist die Stimmung bei dir im Freundeskreis gerade eher, es geht in Richtung Trump oder es geht in Richtung Harris? Jetzt nicht das, was man sich wünscht, sondern eher, was ist so das Gefühl, wer macht es denn jetzt am Ende? Ich glaube, das kann man schwer voreinander trennen. Und zugegebenermaßen, meine Linse ist natürlich auch dann ein bisschen mein Wunschdenken, muss ich vorweg schicken. Da kann ich nicht 100 Prozent neutral sein. Aber viele hier haben auch einfach Angst, dass Donald Trump gegen New York diskriminieren wird. Er hatte schon versucht, während Covid uns Hilfsmittel und andere Dinge vorzuenthalten, Beatmungsgeräte. Das hat letztendlich, ist er damit nicht durchgekommen. Aber das hat tatsächlich ganz konkrete Konsequenzen. Weil, ja, die Staaten sind relativ autonom, aber vieles kommt eben doch noch von Washington. Und von daher, ich würde... Du meinst die Rache dann, weil er da nicht gemocht wird, wo ich nicht gemocht werde, da räche ich mich. Und das ist ja so ein bisschen, so kindisch geht er ja vor. Du kannst dir schon vorstellen, dass das passieren kann. Da haben die Leute Angst vor. Er hat es gerade in Madison Square Garden nochmal gesagt. Du siehst, Jeff Bezos, Jamie Dimon, die haben Angst. Und ich könnte mir auch vorstellen, ein Szenario wäre, dass wenn Donald Trump gewinnen sollte, dass er irgendwie ins Amt kommen sollte, dass er dann ganz besonders hart gegen Gegner vorgeht, wie er das schon gesagt hat. Am liebsten direkt Nancy Pelosi und Schumer und Biden. Und wenn er die in den Knast stecken würde, er hat ja gesagt, vor ein Militärgericht. Ich glaube, das würde das Land, das wäre so schockend, dass sie alle total paralysiert wären. Dass man gar nicht mehr sich wehren kann. Und das hat übrigens auch ein Wirtschaftsnobelpreisträger gesagt, der ein Gedankengerüst vor Jahrzehnten schon für die Republikaner gefertigt hat. Wir müssen diese Änderungen so schnell, diese antidemokratischen und drastisch losbrechen, dass sich das demokratische System gar nicht mehr wehren kann dagegen. Und Steve Bannon hat das in abgewandelter Form ja anfangs 2016 über die Presse gesagt. Und das haben sie ja auch tatsächlich zum Großteil geschafft, damit durchzukommen. Das wäre meine Sorge. Das ist extrem drastisch. Kann man sich schwer vorstellen. Aber ausschließend kann man die Möglichkeit nicht. Und würdest du dann weggehen aus Amerika und würdest sagen, meine Zeit, 25 Jahre, ist jetzt vorbei, weil in so einem Staat möchte ich nicht leben? Ich möchte schon gerne hier leben. Und vor allen Dingen auch in New York. Hier sind jetzt meine Wurzeln und meine Freunde. Ich hätte aber tatsächlich auch Angst. Also ich bin jetzt nicht prominent hier. Ich bin keine große Journalistin. Aber wenn man nachschaut im Netz, dann sieht man, dass ich eben schon seit fast einem Jahrzehnt vor Trump auch zum Teil drastisch gewarnt habe. Ich hätte tatsächlich Angst vor persönlichen Repressalien. Ich habe noch schnell den Antrag für den US-Pass eingereicht. Das ging jetzt aber auch nur, weil die Deutschen die doppelte Staatsbürgerschaft erlauben. Und das ging zwar vorher auch, aber ganz kompliziert mit Ausnahmegenehmigung und bla, 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 die zum Teil von den Deutschen dann auch abgelehnt wurde. Ich habe es jetzt sofort gemacht. Es wird wahrscheinlich nicht durchkommen, bevor die Wahl entschieden ist. Da hätte ich zum Beispiel Angst, dass jemand dann der Beamte sagt, googelt. Und die stellen einem auch viele Fragen. Wir nehmen das Gesicht nicht. Passten, hast Pech gehabt. Oder auch allein bei der Einreise. Es war tatsächlich so, dass ich jedes Mal Bedenken hatte während Trumps Amtszeit und dass ich auch von Journalisten gehört habe, dass, ja, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich schreibe, ich bin Journalist. Ja, was schreiben Sie denn so? Und dann auch tatsächlich, oder wenn du hier einreist, habe ich von einer Freundin mitbekommen, dass das Telefon abgenommen wird. Sie hat gesagt, sie ist Ärztin, sie braucht das Telefon. Dann musste sie abgeben, den Code eingeben. Und die sind mit dem Telefon weggegangen. Und danach hat sie gesagt, ist ihr Telefon immer unvermittelt automatisch ausgegangen. Die hat das komplett wipen lassen. Also, ja, man hat einfach, glaube ich, dann auch Angst. Und es ist ja auch passiert, schon bei der letzten, zum Beispiel James Comey, der sich nicht instrumentalisieren wollte für Donald Trump. Und dann noch ein anderer, ich glaube, der Ex-Chef vom FBI war es, glaube ich, bin ich ganz sicher. Aber die beiden hatten angewiesen bekommen, Steuerprüfungen, wo jeder Stein umgedreht wurde. Also diese indirekten Arten von Repressalien, da kann man ja, oder Vorenthaltungen von Genehmigungen, wenn du ein Unternehmen hast. Oder lauter solche Dinge. Damit kann man den Leuten dann das Leben schwer machen. So, jetzt müssen wir aber noch... Das ist ja wirklich positiv. Das ist ja wirklich wie Halloween, was du jetzt hier veranstaltet hast. Jetzt müssen wir noch einen positiven Gedanken. Einen positiven Gedanken muss uns ja noch mitgeben für... Das Wochenende muss besser werden. Ja, genau. Was ist der positive Gedanke? So können wir nicht hier enden. Auch wenn mich jeden Tag aufs Neue schockiert, dass ungefähr 40 Prozent der Amerikaner für jemanden sind wie Donald Trump, muss ich doch sagen, der überwiegende Teil der Amerikaner gibt mir Hoffnung. Das sind ganz tolle Menschen. Die haben ein tolles Mindset. Die sind hilfsbereit. Die sind liberalen Werten aufgeschlossen. Und das ist meine Hoffnung. Und ich glaube, das habe ich auch bei der letzten Wahl schon geäußert, Ich glaube auch, dass sich das dieses Mal wieder durchsetzen wird. Und sonst müssen wir einen Anschluss-Podcast machen. Vielleicht bin ich ja dann schon in Deutschland. Schauen wir mal. Sehr gut. Das ist ein schöner Schluss jetzt. Jetzt mache ich noch kurz die Holger-Frage eigentlich noch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Genau, haben wir noch irgendwas vergessen? Sind wir fein? Wir haben nichts vergessen, oder? Ich glaube, das war ein ziemlich guter Rundumschlag. Wir sind einmal um die Welt gegangen, haben ein paar Aktien, haben die Idee, und es muss niemand jetzt sein MSCI World verkaufen. Oder würdest du da irgendwie, würdest du jetzt irgendwas noch im Vorfeld machen? Nein. Also für Privatanleger und langfristige Anleger würde ich jetzt nichts machen. Und man muss sagen, selbst wenn die USA sich nicht so gut entwickeln werden, weil wir eine Autokratie werden oder Extremszenario, die USA werden wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Ländern immer gut dastehen. Also da habe ich schon den Glauben an die Wirtschaftskraft hier. Und wie gesagt, ich habe die Demokratie noch nicht abgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass sie uns erhalten bleibt. Ich habe jetzt nur die Risiken aufgezeichnet. Okay, jetzt haben wir noch ein schönes Schlusswort, dass wir auch den MSCI World mit gutem Gewissen behalten können. Sandra, vielen Dank, dass du uns hier so lange Rede und Antwort gestanden hast. Und dann hoffen wir, dass es so kommt, wie du dir das vorstellst. Und du darfst selbst nicht wählen gehen. Du kannst nur bei der Wahl zugucken, wie andere das machen. Oder kannst deinen Freunden noch mal einschärfen. Geht bitte wählen. Ja, noch wascher Lücken. Liebe Grüße über den großen Teich. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Holger, lieber Moritz. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ja, das war wirklich heftig. Also fast dystopisch in Teilen. Also am Ende haben wir noch mal ein bisschen die Kurve gekriegt. Aber ja, das war schon, also war nichts für schwache Nerven. Aber gut, man muss es nicht so sehen. Aber es ist sicherlich eine Meinung, mit der sie nicht ganz alleine steht. Ich persönlich, wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, und wir sind ja dann immer auch ein bisschen da, um das so ein bisschen vielleicht noch einzuordnen. Ich persönlich glaube nicht, dass Donald Trump, sollte er denn gewählt werden, es schafft, das Land zu zerstören, um es wirklich mal in diesem Extremszenario zu beschreiben. Du meinst, die Institution zu schleifen, die Demokratie abzuschaffen, die Checks und Balances wegzukriegen. Weil ich glaube, gerade ein Land wie Amerika, da sind die Institutionen so stark und die Demokratie so stark und die Verfassung so stark, dass das Land am Ende stärker ist als eine Einzelperson und deswegen glaube ich nicht, sollte man denn glauben, dass Donald Trump das versuchen möchte, dass er das wirklich schafft. Also in der Dimension sehe ich das nicht. Ich hoffe das auch. Ich hoffe das auch. Nur ich habe einen Podcast gehört von Esra Klein von den New York Times. Okay, das ist jetzt eher einer, der auch auf der linken Seite des Spektrums steht und wahrscheinlich eher versucht, noch ein bisschen Angst zu schüren. Aber der hatte jemanden da, der einfach sich angeguckt hat, wie Systeme sich wandeln. Und der hat gesagt, wenn immer mehr Autokratien kommen, in der Regel ist es nicht so, dass da eine Revolution stattfindet, sondern in der Regel ist es so, dass sich das Wahlvolk einfach mit dem Stimmzettel den Autokraten wählt und der dann einfach freie Hand bekommt. Und das ist meist der Start einer autokratischen Wende. Und da dachte ich mir so, oh ja, das könnte jetzt in Amerika so anfangen. Und wir hoffen, dass es irgendwie nicht so kommt. Also gut, ja. Also wir können es ohnehin nicht beeinflussen, auch wenn das ja mancher Politiker vor allem in Deutschland glaubt, dass er irgendwie oder manche Aktivist oder manche Aktivistin in Deutschland glaubt, dass man irgendwie das Ergebnis in den USA durch markige und moralische Sprüche noch verändern kann. Das können wir nicht. Das heißt, wir können das hier aus der Beobachterrolle sehen. Und apropos sehen übrigens, vielleicht ein kleiner Fernsehtipp noch von uns. Dienstagnacht und die Tage danach und davor senden wir live aus Washington, also nicht wir, sondern der Kollege Jan Philipp Burgert vor allem, der sitzt, ist in unserem TV-Studio mit Blick auf das Weiße Haus in Washington. Also sehr besonders. Das ist ein cooles Ding. Das ist ein cooles Studio. Ja, sehr cool. Ich glaube, der Defner ist auch zu sehen. Es geht genau. Es wird 40 Stunden durchmoderiert. Und dann kannst du natürlich ein paar. Und deswegen ist der Defner mit meiner Frau wieder zusammen moderiert, irgendeine Strecke. Also du hast dann halt rund um die Uhr mit Doppelmoderation. Und da werden dann alle Ereignisse. Du wirst Leute zuschalten. Wir haben Leute in den Swing States. Und das ist, ich glaube, es wird schon, medienmäßig ist das schon ein mega Ereignis und wahnsinnig spannend. Auch weil man denkt, man ist bei Geschichte mit dabei. Und das könnt ihr euch einfach, wenn ihr irgendwie meint, wissen zu wollen, was da gerade los ist, einfach Welt TV anmachen. Ja, anschauen muss man sich das, glaube ich, auf jeden Fall. Egal, wie es am Ende ausgeht, nur dann kann man wirklich mitreden. Das ist die Zeit von Fernsehen wieder, von Live-Nachrichtensendungen. Ich glaube, wenn es noch für Fernsehen zwei Anwendungen gibt, für lineares Fernsehen, dann ist es einfach Nachrichten live dabei sein, wenn was passiert. Und das Zweite sind Sportereignisse. Das willst du auch nicht irgendwie zu spät gucken. Das sind die beiden Sachen. Und beides hat Welt. Ist doch super, oder? Ja, ist wunderbar. Und den Podcast werdet ihr auch hören, wie es hier weitergeht und was passiert. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir hier langsam zum Ende. Und deswegen würde ich sagen, das war alles auf Aktien. Und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und damit ihr nächste Woche rund um die Wahl alles hört und auch die Auswirkungen an den Finanzmärkten mitbekommt, kann es nur heißen. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und hier geht es am Montag weiter, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.